Wake News Friday für alle die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net As the light rolls in And the smoke covers all In this imagery of sin Put your eyes to see And your heart will grieve For a fight you cannot win On the front lines, brother I see your pain Though my anger man Won't read your name Just a pawn in someone Else's game A soldier's taking Aim On the front lines Take a good look around At the empty walls Of your schools Wait bare With graffitied walls Or your classrooms Burst at the seams With a thousand broken dreams On the front lines I see the miracle Though their hands are tied And the pay is low In the war we wage For children's souls Our teachers play a role On the front lines And the types of things The Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir werden also einiges Interessanter wiederhören heute und bitte denkt dran, es ist zwar häufig ein Thema aus der Mitte von Europa, namens BRIT, Ja, aber das heißt nicht, dass das nicht die anderen auch enorm mit angeht, weil die BRIT ja ein Hauptwerkzeug ist, hier alles zu unterjochen Und das, was da gemacht wird, das wird dann eingesetzt woanders oder modifiziert und so weiter Gut, ja, und ihr könnt hier mitmachen während der ganzen Sendung und eure Punkte, Informationen und so weiter reingeben unter radioatwakenews.net Ist natürlich auch schon viel los im Chat, hallo Chat, wie geht's? Kriegen die das alle schon mit hier? Sonne blau, Frontabschnitt Basel, ist nichts Neues, los, keine deutschen Tanks hier, keine Franzosen-Tanks, keine Ami-Tanks, keine Briten-Tanks und Russen-Tanks, habe ich auch nicht gesehen, sagt der Baby, aus der Schweiz Naja, noch nicht, ne? Schauen wir mal, okay, und dann, ja, Winke-Winke macht hier Chat-Chat und gut, danke, jawohl, klasse, super Ja, und ich danke euch auch immer dafür, dass ihr so klasse Infos reinschickt, nicht alles kann ich mir sofort hier veröffentlichen und ich kann lieber alles in der Sendung machen, da wäre ich ja nur am Senden hier Da kommen die ja gar nicht mehr zur Ruhe, da die Dims, die müssen sich auch mal ausruhen, da in Genf in ihren schönen Schlössern herumlungern oder Südfrankreich in ihren kleinen Yachten schippern, ne? Dass die Wohren so, die werden immer höher und knallen gegen das Deck, oder? Dann fällt nachher noch raus und unten warten dann schon die Haifischchen, die also sich gerade schön die langen spitzen Zähne geputzt haben für den nächsten Dimm, der da von der Reling fällt, ne? Okay, gut, ja, also was wir heute diskutieren, hat so ein bisschen auch damit zu tun, was wir immer schon so hier so ein wenig veröffentlichen, nämlich, dass da irgendwas faul ist, ne? Im sogenannten deutschen Lande, zumindest im Teil davon und was damit auf sich hat, werden wir dann also gleich im Laufe der Sendung damit erfahren und wie ich das hier wohl mache Ich habe eine kleine, ja, ein Teaser, der so, ach komm, ne, Englische wieder, ne, Englische Begriffe, ja, oh Mann, ein Einführungstext, ist aber natürlich ein Bandwurm, ne, gegenüber Teaser, oder? Aber gut, die merkwürdigen Geschäfte, in Anführungszeichen, der Firma, Bundesverfassungsgericht, jawohl, ihr habt richtig gehört, Firma, was, hä? Vielleicht sind ja Leute da, die das erste Mal eingeschaltet haben beim Detlef, alle festschnallen bitte auf dem Stuhl, weil sonst könntet ihr vor Schrecken umfallen. Oder, weil ich nehme hier kein Blatt vor dem Morgen, ich sage es, wie es ist, jawohl. Wir kriegen ja die Häscher hier nach Hause geschickt, hier, Bundesverfassungsgericht, die Firma ruft an den Bernd, ey, ey, Kumpels, ey, ihr seid doch auch eine Firma, der Bundesverfassungsgericht, ey, kannst du da nicht mal eine, äh, mal eine Abteilung hinschicken da? Der erzählt die Wahrheit, die darf doch nicht raus, die muss doch geheim bleiben. Aber Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird, alles andere ist Propaganda, das sagt es schon George Orwell. Und deswegen habe ich eine kleine Collage gemacht, ähm, eben da, ne, myworkness.com, die merkwürdigen Geschäfte des Bundesverfassungsgericht. Habt ihr eine Collage gemacht, wo ihr so ein paar Kleinigkeiten schon findet, was wir heute besprechen werden. Ja, und heute eben, so heißt es da, rückt ein erneuter kurioser Fall in die Optik unserer investigativen Journalismusarbeit, jawohl. Haha, wer hätte es nicht schon geahnt? Irgendwas stimmt doch nicht mit der Rechtsprechung, in Anführungszeichen, in der BRID? Nee, vor allem wundert man sich beständig, weshalb das höchste Gerücht in der BRD, das Bundesverfassungsgerücht in Karlsruhe, wo ist auch Baden-Büttemberg? Haha, das kommt immer wieder zuvor, ne? Okay, also beständig gegen die vermeintliche Verfassung, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verstößt und alle Macht den globalen Kräften in der EU, und vielleicht sonst wo, zuschachert, hier insbesondere in den Entscheidungen zur Übertragung der Finanzkontrolle des, in Anführungszeichen, gesetzten, souveränen Staates BRD. BRD heißt übrigens, ja gut, das hören ja auch Leute zu, die nicht hier aus der Region stammen. Also ist Bundesrepublik Deutschland. Ach, also die Wegnahme der Finanz- und Budgethoheit, damit eine Kastrierung eines Staates, wenn man so will, wenn es sich um einen Staat handeln sollte. Dabei braucht es gar nicht so viel, um in einigen Schritten festzustellen, dass irgendwas an diesem Bundesverfassungsgericht nicht stimmen kann. Ja, und wir sehen noch ein kleines Bildchen, für alle die, die das jetzt nicht geöffnet haben, ihr könnt das ja öffnen, ne? Rechte Maustaste, auf einen Link, auf der Seite der Wegnis-Radio zum Beispiel, geht es in einem separaten Fensterchen auf. Da seht ihr das Gebäude, so ein hässlicher Kasten, haha, das sieht aus wie ein Bunker. Ja, vielleicht sind sie auch eingebunkert, ja, keine Ahnung, was ist das Größte, ist da wahrscheinlich die Kantine, haha, oben drauf. Aber da ist so ein schönes Schildchen, davor mit, da steht drauf, so ein Gold mit rot umrandet und schwarzem Vogel, wahrscheinlich ein Adler, der also ein rotes Maul hat und zwei rote Krallen und dann haben wir noch, ja, wenn man noch ein bisschen näher schaut, man könnte die Flügelspitzen auch als zwei Drachen sehen, haha, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen kreativ, ähm, interpretiert. Äh, äh, aber was interessant ist, sind die Flügelchen, ja, schaut es euch doch mal an, hier die Flügelchen und dann zählt doch mal die Schwingen, na? Fangen wir mal, also nur eine von einem Flügel, ne, reicht, also eins, zwei, drei, vier, fünf! Wenn ich richtig gezählt habe, ne? Rein äußerlich trägt ein Schild vor dem Gebäude einen Adler, der jeweils fünf Schwingen, äh, an den Flügeln trägt, ne? Wenn das so richtig heißt, oder heißt das ganze Ding Schwingen, ist ja auch wurscht. Also ihr wisst, was ich meine. So, sehr übereinstimmend mit dem üblicherweise an, in Anführungszeichen, stehenden Ministerien der BRD verwendeten Adlorn. Aber etwas genauer muss man schon schauen. Lupen sind willkommen, stolpert man bei der Ansicht eines, in Anführungszeichen, stehenden Urteils. Auf einen etwas anderen Adler, der im Stempel erscheint, nämlich einem Adler, ja, da braucht man natürlich eine kleine Lupe, der sechs Schwingen am Flügel trägt. Übrigens so, wie es im Deutschen Reich Verwendung fand. Haha, ja, und ich habe mir erlaubt, da eine Abbildung hier reinzubringen von einem solchen Urteil, über das wir auch heute noch mal sprechen. Da geht es jetzt nicht um den Inhalt im Moment hier, nur erst mal um die Form. Da sieht man, also das ist die letzte Seite von diesem Urteil, von, ja, wie man sieht, Seite 2. Da steht dann, in rot eingekringelt, fangen wir erst mal da an. Dann, äh, diese Entscheidung ist unanfechtbar. Kirchhof, Masing, Bär. Hoppala, was ist das denn? Hahaha, wer ist das? Ohne Unterschrift? Ha? Ohne Vornamen? Sind das jetzt die Vornamen? Sind das jetzt Familiennamen? Was ist das? Oder ist das eine Firma? Ja, kommen wir ja später drauf. Gut, darunter ein Stempel, der ist sogar ganz gut drauf, äh, gepappt worden. Und da steht drauf, in, alles in Großbuchstaben übrigens, ne, Bundesverfassungsgericht. Ja, und dann irgendein Ding da in der Mitte, neun oder sowas, ne, keine Ahnung, kann ich nicht so genau lesen, aber dann habe ich mir doch erlaubt, die Schwingen zu zählen. Und dann, hoppala, da ist ein Fehler. Entweder das Schildchen draußen hat einen Fehler oder der Stempel ist falsch. Oder ist das was ganz was anderes? Oh, ja, fällt natürlich nur denen auf, ne, denen nicht die Augen verblendet sind, oder? Ja, also ihr könnt es nachzählen, ob das so ist oder nicht. Und dann kommt daneben was ganz was Merkwürdiges, da steht ausgefertigt und dann irgendein Kringelchen und dann steht da in Klammern Achilles. Was ist, ja, fällt mir sofort irgendwie die grüchische Mythologie ein. Ja, Achillesferse, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass das die Achillesferse ist, die wir finden sollen. Und irgendwas anderes, irgendeine Amtsinspektorin, also das kann ich hier selber schon nicht lesen, mit Urkundenfälschung oder, ne, Urkundsbeamtin, der irgendwas. Ja, aber was ich gelernt habe, ist eine Ausfertigung in der BRD, ist ein Entwurf. Oder es ist etwas von jemandem, der da was speziell angefordert wurde, nämlich eine Kopie, eine Abschrift oder, ja, irgendwie sowas, ne, von irgend so einem Papierchen, ne. Aber ich weiß ganz definitiv, dass derjenige, der mir das hier zugeleitet hat, gar keine Ausfertigung bestellt hat. Der kriegt ja einfach sowas zugesagt. Ja, gut, also, ne, da werden wir auch noch ein bisschen was hören. Ja, und da steht noch weiter, ach, und auch da kann man erkennen, dass die vermeintlichen Richter, in Anführungszeichen, dort ebenso die BRD-Gepflogenheiten des Nicht-Unterschreibens praktizieren. Also damit wertlose Entwürfe eines Mitarbeiters herumschicken. Und dann auch noch unser Steuergeld dafür, was wir bis Bord tun. Aber vielleicht haben die besondere Konditionen, keine Ahnung. So, und dann habe ich dann noch eine kleine Collage drunter, Unterschrift, hä, brauche ich nicht, hä? Ha, 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 ja. Okay, und bei weiterer Recherche, ja, das sind ja wirklich nur ein paar Basis-Recherchen, die man machen muss. Bei weiterer Recherche ein Blick in das internationale private Handelsregister Dun & Bradstreet, gehört jetzt zu bießen, oder was, ja, wurscht. Also, so haben die immer angefangen mit Dun & Bradstreet. Und dann macht das alles klar, auch das Bundesverfassungsgericht gehört zu den zahllosen Unternehmen, die im Geschäftsbereich, in Anführungszeichen, Rechtsprechung, auf deutschen Terrain tätig sind. Und, ja, ich habe mir erlaubt, den Screenshot von Dun & Bradstreet da mal reinzubringen, habe einen kleinen Kringel drum gemacht, damit man das schneller sieht, was gemeint ist, mit einem kleinen Pfeilchen, ne, also Pfeil, ha, 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 gut. Und einen dicken Fragezeichen, weil der Verantwortliche nicht ausgewiesen ist. Der Hauptverantwortliche, wer ist der Hauptverantwortliche? Steht da nicht. Also mangelhafte Eintragung bei Dun & Bradstreet. Müssten wir also mal anfangen. Gut, also, gehen wir mal einen Schritt weiter. Mit Händen und Füßen, während sich die Mitarbeiter dieser Firma mit dem Geschäftsfeld, in Anführungszeichen, Rechtsprechung, Recht zu sprechen, hier insbesondere im Fall der Kriegsgefangene Besoldung, für die unter dem immer noch stattfindenden Krieg in Deutschland, wir erinnern uns, Deutschland hat immer noch keinen Friedensvertrag, ne, oder? Habt ihr schon mal einen gesehen? Vorbeigeflattert irgendwo? Die UNO hat die Feindstaatenklausel gegenüber Deutschland noch immer nicht abgeschafft. Ach, haben die doch was übersehen? Schlampig gearbeitet, oder wie? Deutschland ist massiv besetzt von ausländischen Truppen. Allein das US-Militär hat noch immer 253 Stützpunkte. Allein im Teilgebiet der BR-Idee. Hoppala, haben wir da was übersehen? Haben die alle vergessen, das Ticket zu kriegen, dass sie nach Hause fliegen können, oder? Man, über dieses Thema wird uns jetzt hier auch ein bisschen der Günther Stromer, den wir ja schon mal hatten bei uns in der Sendung hier, zweimal. Machen wir ein kleines Update bringen hier als Gast in der Sendung. Und noch andere kleine Kuriositäten und Rechtswillkürakte vorstellen. Und ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Schauen wir doch mal, ob er schon hier reingeschaltet hat. Bist du da, Günther? Hallo Detlef, ich grüße dich und alle anderen Freiheitskämpfer, die hier zuhören. Ihr dürft euch nicht irritieren, vor allem die, die neu zuhören. Ich mache das ein bisschen lustig. Der eine meint, das ist zu theatralisch. Aber manchmal, gerade am grünen Donnerstag, wo es um die Grünen geht, muss ich das einfach mal rauslassen. Es ist doch auch zu witzig, oder? Also ist das nicht ein komischer Verein da? Fragezeichen. Aber gut, steig du doch mal ein. Du hattest uns dieses tolle Thema mal dargestellt mit der Kriegsbesoldung und hast uns da, oder viele, dann auf eine ganz neue Idee gebracht. Und das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, was du alles getan hast. Und sag noch mal kurz was zu dir, aber nicht viel, weil die meisten kennen dich ja jetzt schon. Und dann in medias res, rein in die Sache. Ja, okay, also ich bin ein ganz normaler Bürger im Prinzip, der von den Gerichten allerdings sehr oft und sehr übelst fertig gemacht worden ist. Und von mir gibt es da nur Gegenwehr, da gibt es nur eins immer Contra und wenn das mein letztes ist. Und was diesen Kriegsgefangenen-Sold angeht, wer es nicht gesehen haben sollte, die Sendung von Detlef oder gehört haben sollte, da ging es darum, dass wir nach der Hager Landkriegsordnung, das sind internationale übergeordnete Verträge, die über dem Bundesrecht stehen und auch über dem Besatzungsrecht übrigens stehen, dass die Hager Landkriegsordnung uns nach Kapitel 2, Artikel 7 als Kriegsgefangene in einem besetzten Land oder besetzten Gebiet uns eine, ja, im Prinzip Entschädigung zuspricht oder eine Unterhaltsentschädigung, die die Höhe der Truppen hat, die uns gefangen genommen haben oder gefangen halten. So kann man es vielleicht sehen. Da hatte ich zuerst, weil nicht ganz klar war, gegen wen geklagt werden muss, habe ich zuerst das Jobcenter genommen, weil meine Wohngemeinde, die ansonsten für Unterhaltszahlungen teilweise zuständig ist, ganz sicher gemeint hatte, das Jobcenter wäre zuständig. Und nun habe ich die Klage gegen das Jobcenter eingereicht und die drei Instanzen, Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht durch, alle drei Gerichte haben nicht dagegen argumentieren können und wollten mich auf die Hartz-IV-Schiene drücken. Seit neuestem wollen die Gerichte, übrigens die Sozialgerichte versuchen, uns auf die Verwaltungsgerichtsschiene zu drücken, weil das nämlich Geld kostet. Also das heißt, wenn man da was Abweisendes bekommt, einen abweisenden Beschluss, dann kann man dafür nochmal richtig schön blechen. Das ist die neueste Masche. Da haben sich aber auch die Gerichte national hier abgesprochen, beziehungsweise Anweisungen bekommen. Also andere Leute, die mit mir in Verbindung stehen, die haben die gleichen Sachen schon gehört. Die werden jetzt alle auf die Verwaltungsgerichtsschiene geschoben. Gut, und jetzt habe ich da eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das ist sozusagen, man könnte es vielleicht sagen, die vierte Instanz eventuell. Okay, und jetzt hat das Verfassungsgericht am 7. April etwas beschlossen. Das ist wirklich drollig, denn ich komme da gleich zum Punkt, was daran wirklich so drollig ist. Sie haben es ohne Begründung abgelehnt und der Text hier unten lautet, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zu Entscheidungen angenommen, da sie mangels hinreichend substantiierter Begründung unzulässig ist. So, wer sich den Klagemustertext von Detlef mal runtergeladen und gelesen hat, wie wir da argumentieren für die Unterhaltsangelegenheit nach Hager Landkriegsordnung, der wird merken, dass das alles andere als unsubstantiiert ist. Und die Richter konnten ja noch nicht mal dagegen argumentieren, deswegen haben sie immer wieder mit Hartz IV angefangen, wo hier keiner von geredet hat, außer dem Gericht selbst. Und das Verfassungsgericht hat diese heiße Kartoffel auch nicht angefasst und hat einfach behauptet, das ist eine reine Schutzbehauptung, meine Klage hätte keine Substanz. So, jetzt kommt aber das Kuriose. Ich weiß nicht, was Detlef einblenden konnte, sonst kann er es vielleicht in dem Upload auf YouTube dann nochmal einblenden, diese beiden Seiten vom Bundesverfassungsgericht. Üblich war es bisher so, also es sind zwei Seiten, und üblich war es bisher so, da, wo die Seiten zusammengetackert sind, Seite 1 und Seite 2, da wird oben die Ecke dick umgefalzt in der Klammer und auf der Rückseite muss ein Stempel vom Bundesverfassungsgericht drauf sein, damit ganz sicher ist, dass die beiden Seiten original zu dem Beschluss oder dem Urteil gehören. Das ist hier nicht der Fall, sondern es ist ein weißes Blankopapier. Es ist auch nicht mehr dieses graue Behördenpapier, was man sonst so kennt, dieses gräuliche Ökopapier oder was das sein soll, sondern es ist wirklich ganz normales weißes Papier, wie man es zu 1.000 oder 500 Blatt für 4 Euro kaufen kann. Und die erste Seite, da steht auch, ist auch kein richtiger Briefkopf mehr vom Bundesverfassungsgericht drauf, sondern da steht halt das Aktenzeichen, das sogenannte, um welchen Fall es geht, dann steht der Text in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde, dann wer gegen wen klagt und welche Instanzen schon durchgelaufen sind und dann sind die Richter, die angeblich da mitgewirkt haben sollen, nämlich Kirchhoff, Masing und Richterin Beer sind hier nochmal aufgeführt und dann steht hier, wurde einstimmig beschlossen, zack und dann kommt das. So, jetzt da auf der ersten Seite, aber wirklich, da das nur ein reines Standardblankopapier ist, habe ich dem Verfassungsgericht zurückgeschrieben, da lese ich nur mal diesen einen Absatz vor. Ich habe das Verfassungsgericht natürlich aufgefordert, mir was Unterschriebenes und was Rechtsgültiges zu schicken noch nicht so ein Entwurf da, das kann ich ja selber machen. So, ich habe geschrieben, das ist ganz lustig, ist nicht unterschrieben, stellt eine nicht beantragte Ausfertigung dar, ich habe es ja auch nicht beantragt, ich will meinen Urteil und meinen Entschluss haben im Original, und ist an der Heftstelle der Seite 1 und 2 nicht umgeknickt und gesiegelt. Es wäre für mich ein leichtes, die Seite 1 gegen einen Beschlusstext meiner Wahl auszuwechseln. So, das habe ich dem Verfassungsgericht geschrieben, das heißt, ich bin da nicht so ein fieses Schwein, aber ich hätte es jetzt theoretisch machen können, die Seite 1 hätte ich, wo das Wesentliche draufsteht, also es ist zwar auch keine Begründung, aber da steht ja nun mal das Wesentliche drauf, die Seite 1 hätte ich jetzt komplett neu verfassen können, hätte sie mir selbst umschreiben können, wie zum Beispiel der Herr Stroman bekommt jetzt aufgrund unseres Beschlusses, zum Beispiel pro Monat 2.780 Euro nach Besoldungstabelle Gruppe A3 oder was zugesprochen, hätte das da rantackern können und dann hätte das Verfassungsgericht irgendwie doch ein bisschen dumm ausgesehen. Denn das war ja nun nicht das, was die da angeblich beschlossen haben wollen. Ja, und du bist ja, und wir sind ja ehrlich. Ja. Ja, und deswegen habe ich... Du hättest ja auch noch reinschreiben können, ja, und für die letzten Jährchen noch so 3,5 Millionen zusätzlich. Ganz genau, ganz genau. Und da dieser Beschluss, den ich da vom Verfassungsgericht bekommen habe, da das wirklich jeder, im Prinzip jeder Schüler hätte schreiben können, sogar zumindest die erste Seite auf jeden Fall, da ist nichts gestempelt, da ist überhaupt gar nichts drauf, kein vernünftiger Briefkopf, habe ich das auch dem Bundesverfassungsgericht so hingeschrieben und habe gesagt, Leute, jetzt schickt mir mal bitte einen vernünftigen Beschluss, der von den Richtern unterschrieben ist, ich weiß, den kriege ich nicht, aber wo zumindest die Form gewahrt wird und womit man zumindest irgendwas anfangen kann. Denn ich gehe ja nun mit diesem ganzen Ding hier nach Straßburg zur Europäischen Menschenrechtskommission und ja, die werden das wohl so annehmen als Grundlage meiner Beschwerde in Straßburg, aber es ist ja irgendwo ein schlechter Witz. Aber der eigentliche Witz kommt jetzt. Ich habe ja vom Bundesverfassungsgericht schon mehrere Schreiben oder mehrere Beschlüsse, alle abweisend natürlich, in den letzten Jahren bekommen und jetzt habe ich mal einen alten Beschluss rausgekramt, der ist genau zweieinhalb Jahre alt und diesen neuen, der vom 7. April 2014 ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Detlef das einblenden kann, aber jetzt fällt einem auf, wenn man diese beiden Beschlüsse mal nebeneinander stellt, ich rufe mir den alten nochmal hier am PC auf. Ja, nur nochmal zu einer Erklärung wegen dem Einblenden. Ich mache das hinterher dann, wenn ich das Video mache, werde ich das in der Pause oder irgendwo zwischendurch, werde ich die Sachen reinbringen und natürlich später auch nochmal im Artikel ergänzen. Ja. Ja, nur für die, die jetzt zuhören. Ja, deswegen beschreibe ich euch das so, dass ihr ungefähr zumindest wisst, wovon ich rede. Der alte Beschluss, der hat unten als Text, und das ist die einzige Änderung hier im Prinzip, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zu Entscheidungen angenommen. Punkt. So, damals haben sie ja überhaupt noch weniger gesagt als heute. Heute sagen sie eigentlich auch nichts. So, aber wenn man sich jetzt mal die Formate anguckt, das heißt, angenommen, ihr habt das Word-Programm von Microsoft zum Beispiel offen und wollt irgendeinen Formbrief entwerfen, den ihr dann öfters verwendet, dann macht ihr hier eine Einrückung mit Tabulator und da macht ihr ein paar Leerzeilen und dann so und so weiter. Und diese beiden Beschlüsse vom Bundesverfassungsgericht, der neue und der zweieinhalb Jahre alte, den könnt ihr übereinanderlegen, gegen das Licht halten und bis auf die geringfügigen Änderungen könnt ihr da die Schrift eins zu eins decken übereinander. Das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat irgendwelche Formmasken und Formbriefe erstellt vor mehreren Jahren offenbar und da wird immer nur noch ein neues Aktenzeichen eingefügt, so wie Eingabefelder in einem Formblatt. Also ein neues Aktenzeichen wird eingefügt, dann der Name des Klägers natürlich, logisch, dann noch die angefochtenen Urteile der unteren Gerichte und der Rest bleibt. Gut, die Namen der Richter, wobei die hier fast auch identisch sind, fast dieselben. Und das bedeutet mit anderen Worten, es ist eine, hört genau zu, eine Massenverarschung per Formmaske. Jeder bekommt das Gleiche. Da ist nichts Individuelles, da geht man nicht auf euren Fall ein. Ihr reicht also eine mordskomplizierte Beschwerde ein, unter anderem vielleicht noch über eine Rechtsanwaltskanzlei, die nochmal 1000 Euro dafür nimmt oder mehr. Und das Verfassungsgericht gibt einfach nur, gibt die Daten in die Formmaske ein und jeder kriegt das Gleiche am Ende. Und das finde ich, das ist einfach, ja, das macht es noch deutlicher, dass die, wie Andreas Klaus, glaube ich mal, sagte, Kaspal Theater in Roten Roben oder was er da so sagte. Oder so hat er das Verfassungsgericht, glaube ich mal, irgendwie betitelt. Und es ist so, das, was wir bekommen, sind Formblattabweisungen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, also das, ja, ja, das ist ja klasse. Jetzt musst du, hast du denen eigentlich schon mal Auskunftsbegehren hingeschickt, in konkludenter Vereinbarungsform? Das habe ich, glaube ich, bei der Bundestagswahlanfechtung gemacht. Da habe ich denen irgendwas hingeschickt und habe denen, nicht so krass, ich habe nur so gesagt, meine Beschwerde gegen die Bundestagswahl beinhaltet nicht, dass ich das Bundesverfassungsgericht akzeptieren würde. Also sowas ähnliches steht drin. Ich war jetzt nicht so krass und denen habe den gleichen Schadensersatzvertrag hingeschickt. Also so war das noch nicht. Ja, aber das würde jetzt mal langsam eine Zeit dann, weil anders kriegen wir die wohl nicht auf die Hinterachsen, weil die winsten ja alle persönlich und privat haften dafür, was sie tun. Ja, das ist richtig. Dann noch eine Sache zu diesem neuen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts kam natürlich auch ein Deckblatt, wo dann draufsteht, sehr geehrter Herr Strohmann, Karlsruhe mit Datum und so weiter. Auch dieses Blatt war früher ein Formblatt mit vernünftigem Briefkopf zumindest, auch in diesem grauen Behördenpapier. Und jetzt ist es einfach nur ein weißes Blatt. Da steht noch nicht mal mehr ein Sachbearbeiter drauf. Da steht keine Durchwahl mehr, kein Geschäftszeichen oder Aktenzeichen. Da steht nichts mehr drauf. Und als Zeile drunter, wo sonst die Unterschrift von irgendeinem Sachbearbeiter zumindest noch drauf war, und wenn es nur die Putzfrau war, steht jetzt, dieses Schreiben wurde mithilfe der Informationstechnik gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig. Vielleicht werden die ja schon in China geschrieben, die Dinger. Ja, vielleicht hast du mal auf den Stempel geguckt, von wo kommt denn das eigentlich? Also im Umschlag. Vielleicht kommt das aus, ich weiß nicht, wie heißen die Städte da? Was weiß ich, Peking? Chongping, ja. Oder Chongping und so, mit Arriva überreicht, oder? Den habe ich jetzt weggeworfen, den Umschlag. Ja, aber der ist immer der Wichtigste. Ich sage immer, das ist das Allerwichtigste, weil das wird ja nun auch kein vernünftiger Umschlag gewesen sein. Also das war zumindest nicht per gelben Brief, sondern das war ein ganz normales Schreiben. Das hätte auch theoretisch irgendwo bei der Post verschwinden können oder falsch ausgeliefert sein können, dann hätte ich es nie erfahren. Ja, also das, aber ich rate allen, immer diese Umschläge aufzubewahren, weil die sind nachher auch Beweismittel für die ganzen Klagen, die ja noch kommen werden, wenn wir das jetzt alles mal ein bisschen zusammen haben. Ja, ja. Gut, okay, so viel dazu. Ja, ich werde jetzt mit dieser abgeschlossenen vierten Instanz, wenn man das so nennen will, in der Hager Landkriegsordnungsangelegenheit jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen in Straßburg. Und da muss ich Detlef für den Tipp nochmal ganz herzlich danken, den er mir gegeben hat. sagt, ich sollte die Beschwerde in Englisch verfassen. Das ist eine gute Idee, denn dann hat man eventuell die Chance, dass kein deutscher Richter daran beteiligt ist. Ja, und auch kannst du es dann für den ICC verwenden, weil dort sollte man auch alles auf Englisch einreichen, wenn man des Französischen nicht mächtig ist. Und es ist nachher weiter zu verwenden für die Klagen, die wir dann in den USA einreichen. Es geht um die Schadensersatzklagen. Ja, und das fand ich, wie gesagt, fand ich einen sehr guten Vorschlag von dir. Danke nochmal. Für mich, ich breche mir da zwar einen ab, das muss ich sagen, gerade weil ich auch nach Fachausdrückenden sicherlich suchen müsste. Und ich muss ja auch den ganzen Weg bis dahin, den Klagetext selber wahrscheinlich auch übersetzen. Aber gut, ich mache es, das nehme ich auf mich. Ich habe die sechs Monate Zeit, wobei ich mich dann in den nächsten Tagen ranmache. Aber das ist ein guter Tipp gewesen und wer weiß, vielleicht kommt sogar ein Richter dran, der wirklich mal Richter ist. wäre ja möglich. Naja, man darf das nicht unterschätzen. Es gibt also auch im System selbst inzwischen Leute, die ja anfangen, kritisch zu reden. Ich habe sogar voller Überraschung vorher noch ein Video gesehen, veröffentlicht von Die Bananenrepublik, von der Gorbi-Manie zur Putin-Phobie, Krone Schmalz. Das ist dort eine Redakteurin, ich glaube WDR oder ARD oder irgend so was die da richtig also auch mal ein bisschen kritisch ist über die eigene Medienberichterstattung, oder? Es gibt immer noch Leute, also Überraschung. Oder? Die gibt es mal. Okay, das Thema hätte ich jetzt mal eben durch. Das ist nur halt eine Kleinigkeit gewesen, die jetzt dazugekommen ist, die Tage. Ja, das heißt also, für alle die, die jetzt noch nicht genau geschnallt haben, worum es eine geht, die Idee ist ja, dass man eigentlich, wie du es eingangs erzählt hast, aus Sicht der Lage, in der wir uns als Deutsche befinden, dass man eigentlich ein Anrecht hat auf Kriegsgefangenenbesoldung durch die besetzten oder besetzenden Soldaten, die uns hier ja immer noch festhalten, auch, können ja auch ruhig in Bundeswehruniform sein, oder? Das ist ja nichts anders. Das ist ja keine staatliche Armee hier der Deutschen der Bundeswehr, sondern das ist ja auch eine, die im Auftrag der Besatzer tätig ist, oder nicht? Ja, man sieht es doch gerade jetzt zum Beispiel, wie die Bundeswehr spuren muss, wenn die Amis pfeifen. Jetzt wandert mal ein bisschen in die Ostukraine ein oder so. Das kann man ja direkt sehen. Das sind Handlanger der Amis. Das ist so. Vielleicht gefällt den Bundeswehrsoldaten das auch nicht, aber sie sind es. Sie sind Handlanger. Ja. Und ja gut, wir könnten also, was die Besoldungshöhe angeht, vielleicht auch noch mal streiten, ob wir nicht so viel kriegen sollten, wie die Söldner. Die also da im Irak und was weiß ich hier irgendwo, ich weiß nicht, was verdienen die im Monat? 10.000 oder was? Da musst du die fragen. Das weiß ich nicht. Aber gut. Okay. Es geht ja natürlich in diesem Fall nach der Normen-Hierarchie oder Rechts-Hierarchie. Das bedeutet, übergeordnetes Recht bricht untergeordnetes Recht. So wie zum Beispiel lokale Verordnungen, die werden gebrochen durch Landesrecht. Landesrecht wird aufgehoben durch Bundesrecht. Im widerstreitenden Falle Bundesrecht wird aufgehoben durch Besatzungsrecht. Besatzungsrecht wird aufgehoben durch internationales Recht. Und die Hager Landkriegsordnung als internationaler Vertrag aus 1910 und 1907, glaube ich, so alt ist die schon, regelt sehr viel, ist allgemein akzeptiert auf der ganzen Welt. Und die gilt, auch wenn jetzt irgendwelche kleinen Sozialrichter meinen, das ist nicht so. Das ist so. Die gilt. Das ist Fakt. Das ist eine Tatsache. Naja, wir müssen ja auch eins im Klaren sein. Wir haben ja jetzt so viele Fälle, die wir auch praktisch durchexerzieren, mit Schreiben an die Leute und dass sie sich ausweisen müssen. Und aus der ganzen rechtlichen Betrachtung der Situation, wie es in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist, es gibt ja gar keine Richter. Richtig. Zumindest keine gesetzlichen und keine staatlichen. Nein. Und das ist hier auch nochmal bewiesen, jetzt durch dein letztes Urteil, was du bekommen hast, auch diese Leutchen bei dem sogenannten Bundesverfassungsgericht sind keine ordentlichen Richter. Nein, sie trauen sich nicht zu unterschreiben. Ja, und sie können sich auch, und das musst du jetzt vielleicht nochmal nachvollziehen, du musst sie auffordern, sich zu deklarieren, dass sie ihre Bestallungsurkunde vorlegen, eine Kopie davon, notariell beglaubigt, und auch beweisen können, dass sie überhaupt in dieser Funktion tätig sein dürfen, oder? Ich denke, das hatte ich schon mal bei einer anderen Verfassungsbeschwerde gemacht, da hat man dann nicht mehr reagiert. Da habe ich die auch aufgefordert, bitte unterschriebenes Urteil, das, was sie geschickt haben, da kann ich nichts mit anfangen, und da kam auch keine Reaktion mehr, ist ja ganz klar. Was ganz wichtig ist nachher, dann zum Einbau bei der Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof. Weil wenn die sich nicht ausweisen können, dann haben sie, und das auch beim ICC wichtig, dann haben sie beigetragen dazu, die Menschenrechte zu verletzen, hier sogar noch als besetztes Land, haben sie eigentlich Kriegsverbrechen begangen, oder? Ja, Moment, was die Beschwerde in Straßburg angeht, da musst du jetzt unterscheiden, da müssen die nationalen Instanzen abgeschlossen sein. Und wenn ich jetzt in Straßburg behaupte, die Richter haben nicht unterschrieben, was ja so ist, und damit ist die Instanz nicht abgeschlossen, dann sagt Straßburg, ja, dann machen wir, fangen wir nicht an. Also da würde ich jetzt ein Eigentor schießen mit sowas. Nee, du musst einfach sagen, und deswegen muss man hinterher fassen, deswegen musst du hinterher schreiben, bitte weisen sie sich aus, dass sie das auch machen dürfen, was sie da tun. Und wenn sie nicht antworten, du gibst die Frist, ja, entsprechend kannst du ja auch großzügig bemessen, kannst du auch 21 Tage geben nach internationalem Standard, wenn sie dann nicht antworten, und das hast du dann belegt mit Einschreiben, mit Rückschein oder was auch immer, zuzüglich Telefax, gut, dann sieht das aber für die Alte aus, oder? Ja. Also ich würde mich da absichern, dass du das auf jeden Fall noch abschließt, das ist aus meiner Sicht, ich meine, vielleicht kommen ja auch noch Hinweise eben von unseren Zuhörern, die ich hier gerne auffordere, auch noch ihren Teil dazu beizutragen. Man darf ja auch Fragen an dich stellen, oder? Ja, klar. Ich hätte noch, bitte noch eine, noch einen kleinen Zusatz, eine Zusatzinfo, denn es hat sich ein oder zwei Mitstreiter haben sich da mit mir zusammengeschlossen und wir haben die Musterklage verbessert und umformuliert. Die ist auch bei dir runterzuladen, die neue Version. Wir beziehen uns jetzt nicht nur auf internationales Recht, sondern auch auf das Bundesversorgungsgesetz. BVG heißt das in der Abkürzung, aber Bundesversorgungsgesetz ausgeschrieben, da steht irgendwas drin von Kriegsfolgelasten und dann hat man einen Anspruch auf Entschädigungen und so weiter. Wenn ihr da noch mal ein bisschen reinguckt, unter diesem Punkt kann man auch die Sozialgerichte zwingen, dass sie zuständig sind. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, die BRD will uns jetzt auf den Verwaltungsgerichtsweg zwingen oder drücken, damit wir Geld bezahlen und dann trotzdem abgewiesen werden. Und wir machen stattdessen das jetzt so, oder man kann es so machen, dass man sagt, ich beziehe mich zusätzlich aufs Bundesversorgungsgesetz und dafür ist definitiv das Sozialgericht zuständig. Damit zwingt man es dazu, sich damit zu beschäftigen. Ja, ganz genau. Und das ist auch schon in der Musterklage enthalten, die du jetzt hochgeladen hast unter deinem Downloadbereich. Ist die, glaube ich, oder ist die irgendwo anders? Aber nee, Downloadbereich nicht. Nein, es gibt immer einen Verweis beim Downloadbereich, weil das sehr viel besucht wird, eben zu der anderen Seite, weil man kann das ja alles gar nicht auf einer Seite mehr unterbringen. Gibt es noch eine extra Seite für eben diese Kriegsbesoldungsangelegenheit. Genau. Und das ist die Neuerung und der Mitstreiter, der hat auch ganz gut argumentiert über die Definition des Kriegsgefangenen. Und der hat, das könnt ihr euch mal durchlesen, das ist wirklich ganz toll, weil die Richter auch halt versucht haben, uns immer weiß zu machen, wir sind ja gar keine Kriegsgefangenen, wir können ja gehen. Das ist ein tolles Argument, wir können ja unsere Heimat verlassen, wir können ja gehen. Ja, vielleicht ist es doch ganz schlau, weil das ja doch sehr viele interessiert hier. Wenn du es jetzt nicht parat hast, vielleicht Anfang der nächsten Stunde das nochmal so zitieren, wie die neue Formulierung ist? Doch, das kann ich schnell raussuchen. Die Formulierung war so, ich kann es mal jetzt aus dem Gedächtnis herauskramen, es war so, dass der Mitstreiter da argumentiert hat, es gibt ja auch den offenen Vollzug. Das heißt, es muss jemand nicht zwingend eingesperrt sein, um als Gefangener zu gelten. Offener Vollzug ist zum Beispiel so etwas wie, wenn du so ein Fußkettchen hast mit Funkübertragung und darfst dich nicht hier außerhalb einer gewissen Grenze bewegen und deine Bewegungen werden verfolgt oder du musst dich einmal abends auf einer Polizeistation melden, so was, offener Vollzug, das heißt, du bist nicht wirklich komplett eingesperrt, bist aber Gefangener. Und genau diese Situation liegt hier vor. Das heißt, man kann theoretisch zwar die BRD verlassen, sicher kann man das, aber wo will man hin? Ich hatte vorher so argumentiert, dass die ganze Europäische Union ja schon was aufzwingt und dass da irgendwo nichts, das ist kein freier Platz mehr, den man jetzt wirklich erreichen könnte, wo man wirklich, sage ich mal, in Sicherheit wäre vor Chemtrails und vor Genfurt und Schlagmichtort. Man kann nirgendwo mehr sicher sein. Und dieser Mitstreiter hatte halt erwähnt, dass man zusätzlich nochmal erwähnt, man muss nicht eingesperrt sein, um ein Gefangener zu sein. Und das fand ich eine sehr gute Argumentation, die haben wir da mit reingebracht. Sehr gut, weil das ist nämlich schon wichtig, weil das sind so Totschlag-Argumente, du kannst regieren, wohin du willst, das ist ja auch gar nicht wahr, wir werden ja sowieso überwacht. Was meint ihr, weshalb es die ganze NSA-Geschichte, die ganzen Chips und die AFID und warum ihr Handys habt, damit man euch auf Schritt und Tritt überwachen kann? Ich habe ja, das nur noch als Zusatz, weil Überwachung, es gibt jetzt die Information, dass Google Earth auch live von Überwachungseinrichtungen der NSA und US-Militär eingesetzt wird. Live! Google Earth ist ja etwas, wo wir uns immer mal anschauen, wo eine Region ist und wo die Straße ist, wo wir wohnen vielleicht. Die können das live benutzen, die können jede Sekunde nachschauen, was du tust. Und das ist das Schlimmste jetzt und inzwischen gibt es ja dann auch nicht nur die Google Glasses, wo die Leutchen dann so damit durch die Gegend laufen, sondern es gibt das ja auch inzwischen auch schon als, wie heißen die, diese Linsen da, diese, ach, jetzt komme ich gerade diese, ich trage sie nicht, deswegen habe ich es nicht so im Kopf, diese kleinen Plättchen, die du ins Auge tust, um damit zu sehen, wie heißt das Ding? Kontaktlinsen? Kontaktlinsen. Kontaktlinsen mit einer Minikamera drin. Das heißt, du siehst gar nicht mehr, ob du gefilmt und fotografiert wirst oder nicht mehr. Also, ich wollte das nur noch mal ergänzen, von wegen hier, du kannst überall hin und kannst dich frei bewegen, du bist ja Schritt und Tritt überwacht. Die finden zwar so große Maschinen wie die Boeing 777, die der Malaysian Air, die finden sie natürlich nicht und müssen da ganze Flotten losschicken, um da irgendwelche, ja, aber dich, dich und was du tust in deinem Zimmer, die können sogar in deine Wohnung reinschauen. Je nachdem, wie sie das kippen, die, naja, okay, aber das nur so am Rande. Ich denke, das passt trotzdem dazu, man muss das wissen, oder? Ja, okay. Gut, jetzt habe ich ein weiteres Bonbon, das ist wirklich ein Bonbon. Ihr könnt euch noch daran erinnern, hoffe ich zumindest, oder vielleicht auch nicht. Ich habe ja zwei offene Fälle vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Da habe ich den Richter Werner oder Walter Reckius, irgendwas mit W.Reckius, in beiden Fällen habe ich diesen Richter dran. Und Detlef hatte mal die Sendung gemacht, Geheimakten, oder Geheimjustiz war das, hieß das bei dir. Das war bei diesem Verwaltungsgericht Hannover, wo ich spontane Akteneinsicht gefordert hatte, dann lange auf die Akte warten musste und dann reingeguckt habe und habe tatsächlich behördeninterne Absprachen, die gegen mich gerichtet waren, im Prozess meiner Frau gefunden. Also, definitive Anschwärzungsakten. Ja, man könnte sagen, so Stasi-Akten, so unter dem Motto, wo können wir den am besten nochmal packen oder wie auch immer. So, und mit diesen Akten hat der Richter Reckius gehandelt und den habe ich ja auch, gegen den habe ich einen Befangenheitsantrag natürlich gestellt. Zum Beispiel war es auch so, dass er ein Schreiben verfasst hat oder es waren zwei Schreiben, die will er an einem Samstag verfasst haben. Das fand ich besonders interessant, der 22. Februar 14. Denn Gerichte, wenn man das, wenn man mal versucht hat, da anzurufen, die machen spätestens Freitagmittag zu, aber ganz bestimmt. und der Herr Werner, ja Werner heißt er, hier steht es, Werner Reckius hat jetzt tatsächlich sich zu seinem Befangenheitsantrag geäußert, hat mir jetzt irgend so was wie eine, ja so eine Art Nachweis soll das sein, dass er wirklich am Samstag da gearbeitet hat, hier geschickt und behauptet, jetzt müsst ihr euch festhalten, also ein Richter hätte am Samstag um 17.55 noch gearbeitet. Wow. Fünf vor sechs abends. Und wenn das jetzt noch einer glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Das tut mir dann furchtbar leid. Ja, oder hat er es verwechselt mit der Freimaurerloge, wo er noch tätig war, oder? Ja, er will ja eine E-Mail geschickt haben zu dem Zeitpunkt. Also das ist völlig, völlig ausgeschlossen, da die Gerichte, ja, die machen Freitagmittag zu, da kommt keiner mehr rein und raus und da tut auch keiner mehr was, garantiert nicht. Die bringen sich ja in Teufelsküche mit solchen Behauptungen, da können wir sich ja nachher auch strafrechtlich festnageln mit solchen Geschichten. Ja, das doch, das haben sie, und das Interessante ist, das hat er sogar selbst unterschrieben, allerdings haben die dann auch wieder aufgepasst. Seine Stellungnahme war auf zwei Blättern. Das erste Blatt ist ein förmliches vom Verwaltungsgericht Hannover mit Briefkopf, so wie sich das gehört und das ist alles nur beglaubigt und das zweite Blatt ist wieder ein reines Blanko, wo der Herr Reckius sich dazu äußert zu seinem Befangenheitsantrag und den hat er unterschrieben, aber es ist ja nur ein Blanko und diese Blätter sind halt einfach zusammengeheftet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo mal sagen wollte, hier, der Herr Reckius, der spielt sich, Entschuldigung, spielt sich als Richter auf, aber er ist gar kein Richter, dann kann ich das nicht tun, weil die Blätter zusammengeheftet sind und nicht mehr auf einem sind. Also so clever sind die auch, dass die nicht auf ihrem Briefkopf unterschreiben vom Verwaltungsgericht Hannover. Das sind dann immer getrennte Blätter, getrennte Einheiten. Aber er kann unterschreiben, das geht, das macht er. Hat er gelernt. Hat er gemacht, aber nur das Blankoblatt. So, und jetzt habe ich daraufhin die Behördenleiterin, Frau Hannelore Kaiser am Verwaltungsgericht, das ist, glaube ich, die Gerichtspräsidentin oder wie die sich nennt, habe ich jetzt unter Frist aufgefordert, weil ich da jetzt mal einen Punkt drunter setzen wollte, die wesentlichen Verfahrensmängel zu beseitigen. Darunter ist zu verstehen, habe ich hier nochmal aufgeführt, geheime Akten, offenkundige Rückdatierung von gerichtlichen Schriftstücken, Anweisungen des Klagegegners an den Richter, welcher diesen Anweisungen willfährig folgt, fehlender Hoheitsnachweis der Beklagten, das war dann, glaube ich, hier die Wohngemeinde und fehlende Handlungsbefugnis des Rechtsanwalts, der wurde nämlich auch von mir aufgefordert, seinen Chefbefehl oder seinen Militärbefehl vorzuzeigen, was er natürlich nicht machen konnte und habe der Frau Hannelore Kaiser eine Frist gesetzt bis zum 14.04. Darauf hat sie nicht reagiert und ich habe ja schon angekündigt, wenn sie die Verfahrensmängel nicht beseitigt, die schwerwiegenden, dann erklären wir als Souveräne, also meine Frau und ich, das Verfahren als gescheitert und wollen unser Geld wiederhaben. Das habe ich dann auch so gemacht, am 15.04. hat die Frau Kaiser von mir einen Fax gekriegt, da habe ich ihr eine Rechnung geschickt, insgesamt über 1000 Euro Vorauszahlung für die beiden Prozesse und wir haben das Verfahren für gescheitert erklärt und wenn jetzt noch was in diesem Verfahren kommt, dann wird nur noch zurückgewiesen, kommt nur noch ein Wort drauf, Zurückweisung, siehe mein Schreiben vom 15.04. Zack aus. Ich habe keine Lust mehr, mich da verkohlen zu lassen. Ja, sag doch mal, um welches Gericht es sich da handelt für die Zuhörer. Ja, Verwaltungsgericht Hannover, also jeder, der in Niedersachsen hier, das ist nicht jeder, es gibt, glaube ich, noch andere Verwaltungsgerichte, bestimmt in Oldenburg oder woanders, noch Stade, glaube ich, aber zumindest jeder, der in diesem Bereich hier im Zentrum von Niedersachsen zum Verwaltungsgericht Hannover gehen will, da braucht es gar nicht erst probieren, da wird mit Geheimakten gehandelt, die Gerichtspräsidentin verweigert, die wesentlichen schweren Verfahrensmängel zu beseitigen, das ist ein Schmuh, ein schlechtes Theaterspiel und ich entziehe mich dem jetzt. Also ich sage jetzt, das Verfahren erkläre ich als gescheitert, da nehme ich auch keinen Schriftverkehr mehr an in der Sache. Ja, man müsste jetzt eigentlich auch sogenannte Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben, über diese Personen, die sich nicht äußern. Nicht, dass man jetzt damit erwarten müsste, dass irgendwas wirklich gravierendes passiert, einfach um Akten und Papier zu erzeugen, oder? Und damit sich Leute damit quälen müssen. Ja, okay. Gut, letzten Endes würde das dann beim niedersächsischen Justizministerium landen und die haben aber schon von mir einen Schadenersatzvertrag gekriegt, weil es natürlich auch eine eingetragene Firma ist, mit denen bin ich auch schon durch. Aber wir sammeln das alles, weil je mehr Papier, je mehr offizielle Vorgänge da in Kraft getreten sind, umso noch schöneres Material haben wir für die ganzen Prozesse. Das stimmt. Oder? So, jetzt kommt das nächste Bonbon. Betrifft alle, egal ob in Niedersachsen oder sonst wo, betrifft alle hier. Ich hatte auf meinem YouTube-Kanal Günter Strohmann, da sind einige Videos, die heißen Wahlbetrug 2013 und da geht es darum, dass ich die Bundestagswahl angefochten hatte, liegt auch vom Bundesverfassungsgericht unter anderem und der Wahlprüfungsausschuss hat vehement verweigert, sich damit zu befassen und dann habe ich dort öfters mal angerufen, habe dann gefragt, das kann so nicht sein, es kann nicht angehen, dass die große Koalition hier Regierung spielt und es gibt etliche Leute, ich bin einer von denen, die die Wahl angefochten haben und darüber ist nicht entschieden über meine Wahlanfechtung. Das ist also ein schwebendes Verfahren, also alles, was die GroKo jetzt macht, ist sowieso definitiv schwebend unwirksam. Und dann hat mir die Dame vom Wahlprüfungsausschuss nur gesagt, oder war ein Herr, glaube ich, hat mir dann gesagt, ja, das kann bis zu anderthalb Jahre dauern, die Entscheidung. Ich sage, das meinen Sie doch jetzt wohl nicht ernst. Wenn ich vor Gericht stehe und einen Richter für Befangen erkläre, dann geht die Verhandlung erst dann weiter, wenn über den Befangenheitsantrag entschieden wurde. Vorher kann nichts weitergehen, ist auch ganz klar. Und die machen das hier ganz anders, die ignorieren uns völlig und die Wahlanfechtungen. Und dann habe ich natürlich auch so ein paar nette Strafanträge gegen sämtliche oder viele Kreiswahlleiter, zumindest in Niedersachsen, losgelassen und gegen den Bundeswahlleiter Roderich Egelar. Und der ist da in Wiesbaden, in Hessen irgendwo angesiedelt. Wie heißt der mit Nachnamen? Herr Egelar, Roderich Egelar. Egelar, nicht Egelar, bitteschön. Nee, Detlef, entschuldige. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Hätte ich mich fast versprochen. Nee, nein, du bist das nicht. Ja, und die große Koalition, diese Parteien, die habe ich auch am 16.12., das ist bei mir auf meinem Kanal zu sehen, habe ich aufgefordert, ich lese mal eben den letzten Absatz, sie sind nicht legitimiert zu regieren. Ich fordere sie auf, weitere Täuschungsversuche gegenüber der deutschen Bevölkerung zu unterlassen und ihre Regierungsgebaren wäre vorsätzlich schwerst strafbar, wenn sie das weitermachen würden. Habe ich jeder Partei zweifach per Fax, Sendebeleg, habe ich es eingeblendet, zugefaxt. Selbstverständlich, wie man sieht, haben die natürlich nicht darauf reagiert. Dann hat die große Koalition von mir auch einen Strafantrag gekriegt, bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Aber diese Strafanträge gegen den Bundeswahlleiter Roderich Egeler, die sind ja in Hessen gelandet und das ging immer höher, über die normale Staatsanwaltschaft, dann über die Oberstaatsanwaltschaft, was war das, Frankfurt am Main, glaube ich, ging das zuletzt. Und da habe ich den Herrn, den Behördenleiter, Herrn Hans-Josef Blumensatt, mehrfach angeschrieben, dass ich fordere, das ist ja nun wirklich, Hochverrat am Volk, was die da machen. Sie sind nicht gewählt, die Wahl ist ungültig und die machen trotzdem alles in unserem Namen, ob es nun Kriegsanzettelung ist oder was auch immer. Keine Ahnung, was die noch alles verbrechen werden. Und dann hat der Herr Blumensatt, ja, hat dann erst mal abgelehnt, nicht er persönlich, sondern irgendwelche Untergeordneten von ihm. Dann hat er es weitergegeben, weil er völlig hilflos war, an das hessische Ministerium der Justiz. Die haben dann mit solchen, mit solchen Standardtexten geantwortet, wie zum Beispiel, sehe jedoch keine Veranlassung für Maßnahmen der Dienstleistung, Kunstaufsicht, da habe ich auch gar nichts von gesagt, oder keine tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat. Das ist unglaublich. Das ganze deutsche Volk wird betrogen nach übelsten, ja, also man kann es schon gar nicht mehr aussprechen, wie die betrogen worden sind mit der letzten Wahl. Und die sehen nicht mal den Ansatz einer Straftat. Gut, und dann habe ich den Herrn Blumensatt erneut angeschrieben und habe geschrieben, also hier das hessische Ministerium der Justiz, hat folgende DUNS-Nummer, habe sie rausgesucht, ist eine Firma, die können erstens gar nichts entscheiden, weil die keine Staatsanwaltschaft sind und zweitens können sie es nicht, weil sie eine Firma sind. Und dann hat zuletzt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, war das am 25.03. haben sie geantwortet, wie sie dem Schreiben des hessischen Ministeriums der Justiz entnehmen können, hat ihre Anzeigesache aus den dort niedergelegten Gründen ihre Erledigung gefunden. Also Gründe wurden nur bis heute nicht genannt. Da der Vorgang somit endgültig abgeschlossen ist, werden weitere Eingaben in dieser Sache nicht mehr beantwortet oder weitergeleitet werden. Eine Frau Posner, Oberstaatsanwältin im Auftrag. Zack, das war's. So, mit anderen Worten, wir stehen daneben, alle Mann, alle Deutschen hier oder überhaupt alle Bewohner in der BRD stehen daneben, gucken an, wie sie durch die GroKo betrogen worden sind, die gar keine Regierung ist. Die ist keine gewählte Regierung, ist ein riesengroßer, wahnsinnig großer Betrug. Ein Volkshochverrat ist das. Und wir stehen daneben und die Staatsanwaltschaft sagt, passt schon so. Ja, also, ich würde mal sagen, die beschweren sich ja immer, gucken, oh, die haben da bestimmt gemogelt da in der Ukraine oder da in der Krim, mit der Abstimmung da, mit sie wollen dazu den Russen und so. Aber was passiert im eigenen sogenannten Lande? Tja, ist das nicht eine Sache? Ich glaube, hatte nicht Russland irgendeinen Einspruch wegen der Bundestagswahl gemacht bei diesem, wie heißen die da? Kommen gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es in einem ein von euch. Irgendwas hatte ich doch da, da müsste man doch jetzt mal die Alliierten mit ins Vot holen und sagen, hier, sorry, ihr müsst das hier mal aufklären. Auf jeden Fall Russland sollte man das hier mal zur Kenntnis geben, oder? Ja gut, das ist eine gute Idee. Ja, weil, der wird doch jetzt hier von allen Seiten da beschimpft, ja, das ist doch eingemischt da in der Ukraine und alles und hier regieren, in Anführungszeichen regieren, Kriminelle in der Bundesrepublik in Deutschland. Könnte man das so sagen? Ja, definitiv. Es gibt im Netz auf YouTube irgendwo ein viertelstündiges Video über die parteifreien Wähler, heißen die, glaube ich. Die haben ja die Wahl irgendwo auch angefochten und die haben aber nur eins meiner elf Argumente da reingebracht. Also ich habe insgesamt bei meiner Wahlanfechtung elf Argumente reingepackt, nämlich es fehlt die nachgewiesene deutsche Eigenschaft, also jeder Wähler oder auch jeder Gewählte muss ja erstmal seine deutschen Eigenschaften nachweisen, weil es so im Gesetz steht, aber jeder geht da mit dem Personalausweis hin, was ja bekannterweise kein Nachweis der deutschen Eigenschaft ist und darf wählen. So und das ist von daher, allein von daher schon völlig ungültig, völlig unwirksam sowas. Jetzt wollen Sie auch schon 16-Jährige wählen, lassen wir uns die vielleicht noch ein bisschen einfacher an der Nase herumführen können. Ja, sonst geht ja keiner mehr hin. Es geht keiner mehr hin, aber ich glaube, die 16-Jährigen haben auch keinen Bock dazu hinzulatschen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, wir müssen jetzt international tätig werden und über diese Ungeheuerlichkeiten die entsprechenden Medien informieren. Auch Russia Today, zum Beispiel AT, da hat ja irgendwie mal gesagt, wir sollten dir eine Petition schreiben, dass die hier einen Sender aufmachen. Wichtig ist, dass die mal darüber berichten von mir so auf Englisch. Wir können das dann schon übersetzen. Wir müssen solchen Leuten jetzt die Informationen zukommen lassen, oder? Und es gibt auch noch hier diese Petition hier, die von jemandem hier ins Leben gerufen wurde. Die Merkel-Regierung absetzen, Übergangsregierung bilden und so weiter. Da muss jetzt jeder mal mitmachen. Auf jeden Fall. Nicht einfach da nur gucken, was machen die aneinander. Selber! Und das rumbringen und die Leute hier auffordern, Mensch, die Leute sind da alle illegal am Arbeiten und auf unsere Kosten. Die arbeiten ja gar nicht, glaube ich. Die konspirieren. Der Punkt ist nur, was diese Bundestagswahl angeht, diese wahnsinnig große Täuschung. Wenn ich jetzt mal versuche, gedanklich eben die Seiten zu wechseln. Ich hätte das deutsche Volk nicht noch mehr betrügen können, als die es getan haben. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, was ich noch krasser machen wollte, als das, was die gemacht haben. Wirklich. Die wollen unbedingt erwischt werden. So sieht es aus, gell? Ja, das ist Hinhaltetaktik. Die wollen uns so lange irgendwie auf die lahme Bahn schieben, bis dann irgendwann der Sack zu ist. So wie Jean-Claude Juncker das gesagt hat, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist deren Bestreben. Es wissen noch zu wenige bei uns im Land und die Partys wissen, ja, was wollen sie machen. Tja. Aber du hast recht, man könnte das wirklich mal an die Russen weiterleiten. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mal machen. Ja, einfach um Unterstützung bitten. Vielleicht kann das auch jemand übersetzen. Es hören ja auch Leute zu, die des Russischen mächtig sind, die das vielleicht auf Russisch übersetzen. Einfach eine Wahl Beschwerde hier reinzureichen, dass das auch vor allen Dingen nicht bearbeitet wird. Man kann ja einmal sagen, okay, es hat Unregelmäßigkeiten gegeben, das muss untersucht werden und ich komme immer noch nicht auf die Organisation, die dafür zuständig ist. Fällt mir einfach nicht ein. Ich habe heute ein bisschen, da fangen mir so bestimmte Worte nicht an. Vielleicht kann ich gleich noch mal gucken in der Pause, dass ich das finde. Und dann auf jeden Fall auch sagen, hier, alle Beschwerden hier intern werden nicht bearbeitet. Nein. Und da muss man eben einfach jetzt hier mal auch die europäischen Leutchen da mit reinholen. Und sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Dass die Beschwerden nicht bearbeitet werden, ist ja ein wunderbares Beispiel, wenn du das vielleicht in deinem Upload dann mal einblendest. Diese beiden Beschlüsse vom Bundesverfassungsgericht, die sind deckungsgleich, bis auf eine Kleinigkeit, bis auf eine kleine Änderung. Ja, das sind vorgefertigte Abweisungen, das heißt, die Abweisung existiert schon, bevor überhaupt dein Fall eingereicht wurde. Ja. Die Beschwerden werden hier definitiv nicht bearbeitet. Ganz sicher nicht. Also ich bin tausendprozentig sicher. Ich weiß es jetzt. Ja. Ja. Also ich denke, hier muss dringend was gemacht werden und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und wie diese Institution heißt, werde ich gleich noch mal in der Pause gucken, ob ich das finde. Das ist irgendeine europäische Geschichte. Okay. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Kaffee-Erholungspause. Jetzt hier nach diesen vielen Informationen. Da flattern die Zellen im Gehirn ordentlich durcheinander. und da machen wir jetzt gleich eine kleine Pause mit einem lustigen Liedchen von The Paik Hatches aus Neuseeland. Und da hören wir dann von denen den Song Monsanto. Und es wird hochspannend, gleich in zwei Stunden hat er noch eine Menge andere Sachen hier auf dem Beto und da kann man auch das eine oder andere diskutieren. Also wir sehen uns gleich wieder. Das ist der Dettel vom Wake News Radio WNES TV. Bis gleich. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Oh, McDonald's once had a farm but it got prepossessed by Monsanto's car. He drove down in his pickup truck to the head office and he pointed a gun at the CEO and he said you're a dick all your shit travels downwind and the laws all seem to bend You're confiscating my property and it ain't being done properly and I have everything to complain about today Monsanto I say hey Mr. Big Tide wearing suited individual Monsanto What makes you think you can't come onto my farm and confiscate my corn Monsanto I'll burn my crop down before I let your hands get on it You come on my land and perpetrated some chronic disabilities with your bestest sides Consequences likes of which you cannot hide Monsanto Monsanto They come onto my land when the wind blows I will shoot down their chemtrail planes with Stinger missiles from the CIA Monsanto Monsanto They come onto my farm when the wind blows I chase them down in their corporate offices and I will string them up for their offenses Monsanto Monsanto Spray it down with aluminium and barium and Monsanto products chemtrail that modify the weather causing desertification all across my nation all across my nation Monsanto 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 With that G-E-N-G-M-O I don't want any of it bro Monsanto Monsanto I'm gonna keep mine organic and you can fuck off with your shit Monsanto 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 I don't care whether we're wearing turbans cowboy hats or jandals or flip flops yeah yeah cause we're all walking in the same shoes the jack boot of Monsanto Monsanto they got tumors mice and nothing's nice and you will surely pay the price Monsanto Monsanto Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will erst mal, da es eine längere Sache ist, habe ich mir hier auch ein paar Zettel mit Stichpunkten gemacht, sonst würde ich selber auf jeden Fall den Überblick verlieren, auch mit den Daten. Ich will euch nur erst mal sagen, worum es geht und ich sage euch gleich, was dabei rausgekommen ist am Anfang, damit ihr wisst, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Mein Vater ist Ende September 2012 gestorben, hat ein Erbe von ungefähr geschätzten 500.000 Euro hinterlassen, genau weiß ich es nicht und das Nachlassgericht bringt mich um die gesamte Erbschaft irgendwie. Das ist erst mal das Ergebnis, was nachher am Ende dabei rauskommt. Unsere Familie sah so aus, beziehungsweise habe ich noch zwei Brüder, das heißt, das Erbe würde eigentlich durch drei geteilt werden und das wäre dann für jeden, wenn es dann 100, kann ich rechnen, 166.000, so über den Daumen, meine beiden Brüder auch noch jeweils, so über den Daumen wird das wohl ungefähr hinkommen. Fakt ist, bis jetzt habe ich noch keinen Cent gesehen und ich bezweifle auch, dass das noch was wird, solange die BRD hier noch aktiv ist. So, jetzt werde ich euch erst mal die Protagonisten vorstellen, die da sozusagen mitspielen. Ich habe alle Namen abgeändert, bis auf die Rechtspflegerin und den Richter, die müssen natürlich genannt werden, das ist schon mal ganz klar. Ja, und auch wo sich das abspielt. Ja, 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 es kommt jetzt. So, nur damit ihr einen Überblick habt, sonst steigt ihr vielleicht nicht durch. Mein Vater, sagen wir mal, er hieß Alfred. Er hatte eine bekannte oder lockere Lebensgefährtin, die hieß Roswitha. Dann gibt es noch die Adoptivtochter meines älteren Bruders, die soll Dagmar heißen. Das stimmt alles nicht, aber es spielt keine Rolle, nur damit ihr wisst, von wem ich rede. So, jetzt geht's los. Anfang, nee, Ende September 2012 starb mein Vater Alfred. Roswitha, seine Lebensgefährtin oder lockere Bekannte, mehr kann man das nicht nennen, hat ihn, er war Katholik, hat ihn anonym und geheim auf dem evangelischen Friedhof in Gifhorn beerdigen lassen. Hat uns, Söhne, nicht Bescheid gesagt, dass mein Vater überhaupt gestorben ist. Wo liegt Gifhorn? Gifhorn liegt, das ist jetzt interessant, ganz übele Ecke offenbar, zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Braunschweig, das ist, glaube ich, die Stadt, wo sich Adolf Hitler damals seine Staatsangehörigkeit erschlichen hat, die er ja eigentlich gar nicht hatte, seine deutsche Staatsangehörigkeit. Und Wolfsburg, ja, war mal, glaube ich, eine Waffenschmiede für den Krieg, also das VW-Werk Wolfsburg. Das ist das Zentrum von VW hier in Deutschland. Wow. Und da liegt Gifhorn ziemlich dicht dabei. Man kann fast sagen, dazwischen. So, also die Lebensgefährtin, zumindest, oder Bekannte, die hat quasi seinen Tod uns überhaupt gar nicht mitgeteilt. Das ist nur zufällig rausgekommen, als meine Mutter mal auf irgendeinem Friedhof da rumgelaufen ist, wollte ein anderes Grab pflegen. Und dann hat sie den Friedhofswärter angesprochen und der hat ihr das erzählt. Sonst hätte ich gar nicht gewusst und meine Brüder auch nicht, dass mein Vater überhaupt gestorben ist. Der Kontakt war also demnach auch abgerissen zwischen uns. So, diese Roswitha hat ihn anonym, hat ihn verbrennen lassen. Er war Katholik, das darf sie überhaupt nicht, das ist Straftat, das gibt es überhaupt nicht. Und hat ihn anonym und geheim auf den evangelischen Friedhof beerdigt. Das Grab habe ich ja inzwischen gefunden. Und sollte also der Tod überhaupt verschwiegen werden, denn da ging es nämlich um viel Geld. Herausgekriegt habe ich das auch so ein bisschen durch telefonische Recherche über eine Gifhorn-Bestattungsfirma. Ja, die hat mein Vater dann verbrannt. Sie hatte dazu keine schriftliche Genehmigung, ich habe das alles erfragt. Sie hätte von irgendjemandem, von einem Angehörigen eine schriftliche Genehmigung haben müssen, da gab es nichts. Die haben das Spiel einfach mitgemacht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, haben die sich damit nicht auch in dieser Weise strafbar gemacht? Oder zumindest kann man die ja belangen, oder? Haben sie, haben sie. Die Strafanträge ging raus, wurde abgewälzt. Alle Strafanträge wurden abgewälzt in der Richtung. So, es geht weiter. Es geht nämlich hier um eine ganz große Vermögensverschleppung offenbar. Dann bekam ich irgendwann von meinem Bruder eine E-Mail. Da stand dann so drin, ja, unser Vater soll wohl letzten Donnerstag gestorben sein. Da bin ich erstmal rückwärts umgekippt. Ich meine, das über E-Mail zu bekommen ist schon ein Ding. Aber dann so vage, wo keiner irgendwas wusste. Dann kontaktierte ich diese Roswitha. Ich habe sie dann irgendwie, ich kannte sie ja von damals noch, weil ich da auch mal zehn Jahre mit meinem Vater zusammen gewohnt habe. Und ich wusste auch, wo sie ungefähr wohnt zumindest. Dann habe ich sie ausfindig gemacht oder habe ich, glaube ich, sogar die Telefonnummer in seinem Haus angerufen. Das kann sein. Und sie hatte, da sie Zugang zu seinem Haus hatte, er hatte ein Haus in guter Wohnlage, in Sackgassenendlage. Das Ding ist schon eine ganze Menge wert. Und ein zweites, in Sackgassenendlage, daneben hatte er verkauft vor 15 Jahren ungefähr. Also da war genug Geld im Spiel, mal davon abgesehen. Und da sie alleine Zugang zu dem Haus hatte, hatte sie alle Unterlagen beiseite geschafft. Das heißt, Kontoauszüge, Versicherungen, was auch immer. Alles, also Lebensversicherungen, was auch immer da im Topf ist. So, dann bot sie mir erst an, ich solle die Unterlagen verwalten, weil ich mich darum kümmern wollte, dass das Ganze abgewickelt wird. Es waren nämlich noch mehrere Sachen im Gange. Die Dachrinne war gebrochen und der Regen lief so in den Keller rein. Also es musste irgendwas gemacht werden. Bloß bevor man jetzt Großhandwerker holt, musste erstmal auch geklärt werden, wer hat denn jetzt dafür einzustehen für das Haus. Also normalerweise ja die drei Söhne. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ein Testament. Wer weiß das schon. Sie bot mir das also erst an, die Unterlagen zu verwalten. Dann bin ich hingefahren nach hier vorne. Sie zeigte mir drei dicke Ordner, drei dicke schwarze Leitsordner. Die waren zwar nicht gefüllt, aber es war schon was drin. Also nicht komplett gefüllt, aber sie hat schon Unterlagen gehabt. Und danach verweigerte sie, mir die Unterlagen zu zeigen oder zu geben. Also ich konnte noch nicht mal mehr reingucken. Und man darf jetzt nicht vergessen, die war nicht verheiratet mit meinem Vater. Das war nur eine Bekannte. Also irgendeine unbeteiligte Dritte so gesehen. Kein Familienmitglied. So, dann schrieb ich alle Banken in Gifhorn an, das Vermögen zu sperren wegen vermuteter Vermögensverschleppung. Ich habe dann schon gemerkt, wenn sie die Unterlagen zurückbehält, irgendwas stimmt da nicht. Und habe gesagt, so alle Banken, Sparkasse, Deutsche Bank, was auch immer, friert das Vermögen ein. Hier muss erstmal was geklärt werden. Dann schrieb ich am 4.10.2012 das Gifhorner Amtsgericht an, wegen Kontosperrungen. Habe die auch nochmal aufgefordert und wollte überhaupt von denen mal eine schriftliche Bestätigung oder eine Aufklärung haben, ob mein Vater überhaupt gestorben war, weil ich hatte das immer noch nicht so richtig rausgekriegt. Das Amtsgericht hatte dann nur geantwortet, ich solle einen Rechtsanwalt aufsuchen. Das war alles. Das ist deren Standardantwort gewesen. Ich weiß ja nicht, was das damit zu tun hat, aber gut. Das haben die immer gemacht. Ich soll einen Rechtsanwalt aufsuchen. Am nächsten Tag, am 5.10.2012, das war glaube ich ein Wochenende, meldete sich über das Bestattungsunternehmen, die Roswitha. Mein Vater ist tot. Das war jetzt, nachdem ich sie telefonisch überhaupt erstmal rangekriegt hatte. Das andere war nur über dritte stille Post sozusagen, über das Bestattungsunternehmen und über den Friedhofswärter. Also mein Vater wäre tatsächlich gestorben. Es gäbe ein Testament, was sie beim Amtsgericht abgegeben hätte. Wir Brüder sollten uns um das Haus kümmern und alles entrümpeln, die Dachrinne reparieren und Öl tanken. Es war ja auch kurz vorm Winter und musste Öl getankt werden, damit das Haus nicht kaputt friert. Und das geht dann schon mal so in 2000 Euro oder was, wenn man da mal Öl nachtanken muss. Das war jetzt der 5.10.2012. Dann verlangte ich am 11.10.2012 vom Amtsgericht Gifhorn die Testamentseröffnung und eine Klärung bezüglich der Adresse von dieser Roswitha. Denn sie behauptete ja, sie hätte schon am 5.10. das Testament abgegeben, was übrigens nicht gestimmt hat. Das kommt aber gleich. Die wollte alles geheim halten, sogar das Testament. Am 16.10.2012 kam immer noch nichts vom Amtsgericht. Schrieb ich denen, jetzt kommt eine wichtige Person, Dr. Heinold Villers direkt an. Das ist der Direktor des Amtsgerichts Gifhorn. Also Heinold Villers heißt der Mensch. Und da habe ich dir vorhin so ein paar Fotos rüber geschickt von ihm. Weil ich immer noch keine Reaktion gekriegt habe von dem Amtsgericht. Am 18.10.2012 antwortete Herr Villers, die Pietät verlange eine Wartezeit und er wisse nichts von einem Testament. Man muss sich dann auch noch mal so ein bisschen die Daten im Kopf behalten. Das war am 18.10.2012. Er wisse nichts von einem Testament. Am 23.10.2012 kam aus der Nachlassabteilung des Amtsgerichts Gifhorn mein Schreiben, mein Fax vom 11.10.2012 mit Eingangsstempel vom selben Tag zurück. Und da stand drauf, es ist kein Verfahren feststellbar. Das war also schon die Fachabteilung des Nachlassgerichtes. Und es sind keine Nachlassvorgänge zu ermitteln. Das war jetzt am 23.10.2012. Interessant war, am 5.10.2012 hat die Roswitha behauptet, sie hätte das Testament dort schon abgegeben. Und das war jetzt alles sehr merkwürdig. Es wurde immer komischer, das Ganze. So, obwohl kam das vom Amtsgericht zurück, obwohl meine Brüder, die vor Ort da gewohnt hatten, andere Auskünfte vom Amtsgericht bekommen hatten. Aber das Testament hatten sie auch noch nicht gesehen. Sie haben nur gesagt bekommen, ja, es gibt da irgendwo, doch, es gibt da ein Testament und das wird demnächst eröffnet. Und mir hatte man genau das Gegenteil geschrieben. Es gäbe nichts, nichts zu ermitteln, nichts zu sehen. Am 31.10.2012 beantragte ich beim Amtsgericht die Herstellung des Urzustandes, das bedeutete im Klartext oder hauptsächlich die Einziehung der Ordner von dieser Lebensgefährtin meines Vaters, dass auch erstmal die ganzen Vermögenswerte mussten gesichert werden, dass also nicht Lebensversicherungen verschwinden oder Vermögenswerte verschwinden und sonst was alles oder eventuell auch ein Testament oder vielleicht mehrere Testamente verschwinden, wer weiß. Und deswegen habe ich die Herstellung des Urzustandes beantragt und einen neutralen Nachlassverwalter. Das bedeutet, das Amtsgericht ist eigentlich angehalten, wenn irgendwo so Querelein sind, dass die einen neutralen Nachlassverwalter von sich aus einsetzen, der sagt, so, jetzt habe ich die Hand drauf, keiner kommt mehr ran, bis das geklärt ist, Punkt aus. Das hat das Amtsgericht aber auch nicht gemacht. Das habe ich deswegen auch schriftlich beantragt, weil halt so Roswitha auch die Falschaussagen wegen der Testamentsabgabe getätigt hatte. Inzwischen hatte ich dann auch schon einen Strafantrag bei meiner Polizei hier vor Ort gestellt. Da wurde ich an einen Spezialermittler verwendet, nee, verwendet nicht, verschickt. Und der war wirklich clever, muss ich echt sagen. Bei der Nienburger Polizei war das. Der war auch speziell auf solche Vermögensverschleppungen, war der richtig geschult und spezialisiert. Mit dem saß ich, glaube ich, zweieinhalb Stunden im Raum. Der hat das alles aufgenommen und hat auch die Strafanzeige aufgenommen, den Strafantrag, hat er alles gemacht und dann weiter untersucht. Dann hatte in der Zwischenzeit mit der Roswitha, hatte ich so einen leichten telefonischen Kontakt, hatte in der Zwischenzeit nun erzählt, sie habe das ganze Haus durchwühlt. Ich drücke das jetzt mal ein bisschen krass aus. Und hatte auch Bargeld, also alle Schmuckkästchen durchwühlt und Bargeld beim Amtsgericht abgegeben, nämlich 5.000 Euro. Also irgendwo sollen da 5.000 Euro gelegen haben. Und dann sagte sie auf einmal, sie kenne das Testament und wir Brüder seien enterbt. Das Interessante ist, zu der Zeit war noch gar keine Testamentseröffnung gewesen. Aber sie meinte, sie kenne das Testament auf einmal. Das hat sie mir vorher nicht gesagt. Vorher hat sie noch gesagt, wir erben das Haus ja sowieso und wir müssen dann Öl tanken und alles reparieren. Und jetzt geht es auf einmal in diese Richtung los. Dann am angeblich 29.11. Angeblich habe ich geschrieben, weil das mit Sicherheit zwei, drei Tage rückdatiert ist, stellte die Rechtspflegerin Dralle am Amtsgericht, das ist der zweite wichtige Name, fest, es wäre ein Testament eingegangen. Immer wieder wird seitdem in dem Schriftverkehr betont, das Testament wäre verschlossen abgegeben worden. Das Testament war in einem Briefumschlag, also eine braune DIN-A4-Tasche. Und die braune DIN-A4-Tasche war das Einzige, was auf den umgefeilten Kanten dreifach unterschrieben war. Das hat also mein Vater unterschrieben. Aber nicht das Testament selbst. Das Testament selbst ist anderthalb Seiten lang, hat also noch Platz. Und er hat nur einmalig im ganzen Testament seinen Namen so ganz normal geschrieben, wie er andere Worte auch schreibt. Aber seine Unterschrift mit so einem ganz charakteristischen Bogen einmal drumherum, den hat er nur auf den braunen Briefumschlag gemacht. Wow. Ich hatte mich dann irgendwann mal erkundigt, auch unter anwalt.de oder was hatte ich mal nachgefragt, hat auch Geld gekostet. Da wurde mir auch bestätigt, dass solche Testamente ungültig sind, wenn sie nicht unterschrieben sind. Und die Unterschrift auf dem Briefumschlag gilt nur dann, wenn das Testament unten keinen Platz mehr gelassen hätte für eine Unterschrift. Ansonsten ist es ungültig. Ja, und es muss eigentlich auch handschriftlich gemacht werden, das Testament, ne? Ja, das war es auch. Wenn es nicht, ach, das war es, okay. Doch, das war es. Es war komplett handschriftlich. Aber auch die Schrift deines Vaters dann, oder? Ja, doch, doch. Das zweifle ich nicht an. Das hat er schon geschrieben. Im Jahre 2002 hat er das irgendwann mal verfasst. Das ist schon lange her. Und geschrieben hat er es schon. Aber der Namenszug drunter, das ist nicht seine Unterschrift. Seine Unterschrift sah ein bisschen anders aus. Ich habe aus alten Unterlagen, die ich dann mal in einem Haus, da war ich irgendwann mal später dann drin, habe ich mal ganze Kartons mit alten Unterlagen geholt, mit meinen Brüdern zusammen durchgeguckt. Dann habe ich, glaube ich, 24 Unterschriften von ihm gefunden, die allesamt einen ganz geschwungenen Bogen durch den ganzen Wortzug haben. Und nur mit diesem Bogen ist es seine Unterschrift. Alles andere ist normale Schreibschrift bei ihm. Okay. Okay. So, am 31.10.12 bestätigte mir die Sachbearbeiterin, das war jetzt noch eine andere, spielt keine Rolle, dass sie sich genau erinnern könne, dass bereits am 18.10.2012 das Testament in ihrer Abteilung war. Und trotzdem, obwohl am 18.10. das Testament in der Abteilung gelandet war zur weiteren Bearbeitung, habe ich mit Stempel vom 23.10.2012, also fünf Tage später, vom Amtsgericht die Nachricht gekriegt, dass keine Nachlassvorgänge zu ermitteln sind. Also da, das ist doch irgendwie, das stinkt doch. Das stinkt bis zum Himmel. Da sollte das Testament wahrscheinlich auch noch beiseite geschafft werden oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ich blicke ja nicht so ganz hinter. Aber es läuft zumindest darauf hinaus, dass ich nichts kriege. So viel schon mal vorweg. Dann habe ich den Herrn Dr. Heinold Villers, den Direktor dort, aufgefordert, ich habe nochmal diese Unterschriften vom Amtsgericht, derjenige Sachbearbeiter, der das damals behauptet hat, die habe ich vergrößert, habe ihm das hingefaxt und habe ihn aufgefordert, er soll erforschen, welcher seiner Mitarbeiter diese Unterschrift abgegeben hat, wo dann draufsteht, Nachlassvorgänge sind nicht zu ermitteln. Also im Prinzip das Testament eigentlich verschweigt. Und das hat er verweigert, hat nichts gemacht. Dann, jetzt wird noch besser, wird immer besser. Dann habe ich irgendwann mal spontan beim Amtsgericht Giffhorn davor gestanden, vorm Gebäude und vorm Zimmer und habe gesagt, so, ich will jetzt Akteneinsicht haben. Dann hat man die Akte erstmal wieder ein bisschen aussortiert, so wie das auch beim Verwaltungsgericht Hannover war. Und der Rest der Akte, den habe ich dann, den ich einsehen durfte, habe ich abfotografiert. Und da war zum Beispiel ein handgeschriebener Brief von der Roswitha, dieser Lebensgefährtin drin, dass sie das Testament am 8.10.2012 erst abgegeben hätte. Also nicht am 5.10.2012. Das heißt, sie hat noch versucht, so lange, wie es nur ging, das Testament irgendwo für sich zu behalten und am besten vielleicht sogar das Ganze verschwinden zu lassen. Aber irgendwann hat sie es dann doch mal abgegeben, weil sie Angst hatte. Ja. So, dann habe ich schon gemerkt. Aber wie lange musstest du denn warten, bis du Akteneinsicht nehmen durftest? Weil wenn du sagst, sie haben da noch einiges aussortiert, oder hatten sie das schon vorher? Nee, 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 ich bin da spontan gekommen. Die konnten nicht wissen, dass ich komme. Ich stand einfach irgendwann vor der Tür und habe gesagt, so, ich will Akteneinsicht haben. Und dann war diese Frau Dralle, da haben wir sie wieder, die hat dann gesagt, ja, Moment, dauert noch einen Moment. Und dann habe ich, weiß nicht, zehn Minuten vielleicht gewartet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann irgendwann konnte ich die Akte einsehen. Ich nehme nur jetzt schon mal vorweg, dass das nur eine Teilakte war. Es gab dann eine zweite Akte, von der habe ich aber erst erfahren, als ich schon längst wieder weg war. Also Monate später, glaube ich. Und dann habe ich nur gefragt, wieso man mir nicht die gesamte Akte gezeigt hat, ja, wir wussten nicht, dass sie alles sehen wollen, war dann die Antwort. Ja, alles klar. Ja, das ist Standardvorgehen. Das ist Standardvorgehen. So, ich habe dann schon gemerkt, dass ich irgendwann nicht dagegen ankomme, gegen diesen korrupten Verein, und habe mir dann einen Notar genommen und Rechtsanwalt gleichzeitig. Ein erfahrener Mann, der stand kurz vor seiner Pensionierung und war sein Leben lang Notar und Rechtsanwalt. Also der weiß schon, wovon er redet. Der sollte zunächst nur das Testament anfordern. Ich wollte da nicht die Kosten in die Höhe treiben. Ich wollte nur erstmal, also ihn partiell immer beauftragen. Das heißt, Schritt für Schritt, oder ich komme halt alleine vielleicht zurecht. Und gut, dann hat er das Testament angefordert. In der Zwischenzeit kam dann noch, wo ich meinen Notar drin hatte, kam ein Text von der Rechtspflegerin Frau Dralle, der heißt wörtlich, weil ich ja auch noch das Amtsgericht immer angeschrieben hatte. und sie schrieb, die von ihnen gemachten Einwendungen sind unbeachtlich. Sie sollten sich anwaltlich vertreten lassen. Also das heißt, die Texte, die ich ihr hingeschrieben habe, und ich bin, sagen wir erstmal, ich wäre Erbe, einer der drei Erben bin ich. Ich bin ja die gewichtigste Person in der Sache, mit meinen Brüdern natürlich. Und dann schreibt die Rechtspflegerin Dralle von mir, meine gemachten Einwendungen sind unbeachtlich. Das ist natürlich ein Knaller, ne? Ja. Auch wieder alles nicht unterschrieben, oder? Doch, die hat das schon unterschrieben. Doch, doch. Das ist ja eine Justizamtfrau, ist sie, glaube ich. Justizamtfrau. Eine sehr fantasievolle Bezeichnung. Ja. So, inzwischen hatte auch die Roswitha, die Lebensgefährtin, einen berüchtigten Anwalt, berüchtigt muss man sagen, aus Gifhorn, welcher das Testament am 31.10.12. sofort auf Antrag erhalten hatte. Also am gleichen Tag. Er hat es angefordert per Fax, hat es sofort erhalten. Mein Anwalt hat jedoch das Testament eine Woche später, erst am 6.11. erhalten. Also so viel zur Gleichstellung vor Gericht. Und dass dieser Anwalt berüchtigt ist, das kann ich daher sagen, weil in der Zeit, wo ich warten musste auf die Aussortierung der Gerichtsakte, habe ich mich mit einem anderen älteren Pärchen unterhalten, die da ebenfalls im Warteflur warten mussten. Und ich habe nur gehört, dass die genau über diesen Anwalt sprechen. Und dann habe ich die mal darauf angesprochen. Und da haben die mir erst mal erzählt, was das für ein schlimmer Finger ist. Und dann habe ich gesagt, ach, schau an, bei mir verhält er sich nicht viel anders. Also das sind schon, es sind, naja, eingearbeitete Strukturen in Gifhorn. Da kennt einer den anderen ganz klar und Anwälte und Richter sitzen da irgendwo am Tisch, ganz sicher. Ja, aber ich glaube, es ist nicht nur in Gifhorn so. Wir haben verschiedene andere Fälle ja auch schon gehabt, wo das so ähnlich ist. Es ist ja auch in Südbaden, hier in Lörrach und so, das ist die gleiche Geschichte. So, dann hatte ich mich bei dem Direktor Willers beschwert. Ich habe mich sowieso pausenlos bei dem beschwert, weil mein Schriftverkehr wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Nicht zur Kenntnis genommen, obwohl ich als Erbe oder mindestens Pflichtheitsberechtigter eigentlich eine der wichtigsten Personen bin, definitiv. So, und dann, jetzt kommt es. Dann hat der Herr Dr. Heinold Willers an einem Freitagnachmittag, war das, glaube ich, mit meinem Notar telefoniert und mein Notar hat dann das Mandat sofort niedergelegt. Ohne Begründung. Wow. Zack, aus. Er hat mich abgesägt und hat dafür auch noch ein bisschen abgerechnet, nur mal so nebenbei. Aber das Schlimme ist, das Schlimme ist, er muss ja als, als mein Rechtsanwalt nach der BORA, Bundesordnung für Rechtsanwalt, Paragraf 1, Rechtsanwälte, da muss er mich nach allen Möglichkeiten, muss er vertreten und mir Rechtsnachteile unbedingt vermeiden. Und was macht er? Er legt mein Mandat unbegründet nieder, weil der Direktor des Amtsgerichts Giffhorn ihm das offenbar nachgelegt hat oder empfohlen oder befohlen, ich weiß ja nicht, was gelaufen ist, aber in der Richtung war es ja dann wohl. Zack, aus. So, da stand ich wieder alleine da. Dann kam die Testamentseröffnung. Wir Brüder waren alle enterbt. Jetzt muss ich dazu sagen, Familienverhältnis war eh schlecht, das stimmt. Ein Testament ist ja normalerweise dazu da, um einen Erben zu bestimmen. Dieses Testament hat genau das Gegenteil gemacht. Es hat keinen Erben benannt, aber uns Brüder alle gleichmäßig enterbt. Ja, das heißt, wir kriegen alle nichts, aber es gibt ja immer noch diesen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, der Pflichtteilsberechtigte kriegt die Hälfte von dem, was er kriegen würde als Erbe. Wenn ich das jetzt mal in Zahlen ausdrücken würde, gehen wir mal von einem Nachlass von 500.000 Euro aus, dann hätten wir 100, ja, vielleicht abzüglich einiger kleine Vermächtnisse, hätten wir vielleicht 150.000 Euro je Erbe bekommen. Und so sind es dann als Pflichtteilsberechtigter vielleicht 75.000 Euro. Über den Daumen. Ja. So, diese Roswitha, die Lebensgefährtin, war nur Vermächtnisnehmerin. Also zwischen ihr und meinem Vater war es wohl auch nicht so gut, denn er hat sie auch nicht als Erbin eingesetzt. Es war überhaupt kein Erbe benannt. Sie hat aber ein kleines Vermächtnis bekommen. Das Testament war, wie ich schon gesagt hatte, nicht unterschrieben, nur auf dem Briefumschlag. So, und Roswithas Anwalt sorgte dann dafür, dass Roswitha die Unterlagen nach wie vor einbehielt. Mit Unterlagen meine ich alles. Kontoauszüge, Lebensversicherungen, Fonds, Aktien, was weiß ich, was immer da noch alles drin ist. Und dafür hat der Anwalt noch gesorgt. Also sie hatte erst mal überhaupt kein Anrecht darauf. Denn wenn überhaupt, dürfen erst mal die Erben das Ding haben, also die Unterlagen haben. Oder derjenige, der sich ums Haus kümmern muss. Aber bestimmt nicht eine Vermächtnisnehmerin. Garantiert nicht. Aber ihr Anwalt hat dafür gesorgt. So, ich habe dann, hier habe ich geschrieben, ich forderte beim Amtsgericht mehrfach einen Nachlassverwalter an, der mir verweigert wurde. Das hatte ich schon. Dann, ach so, griff mich Roswithas Anwalt an. Ich hatte sie dann auch nochmal schriftlich aufgefordert, mit Einschreiben per Rückschein, mir die Unterlagen zumindest zu kopieren. Dann hat mich ihr Anwalt angegriffen und meinte, ich solle mich ihr nicht nähern. Und es ging schon so in die Richtung, ich hätte sie ja vielleicht sogar angetatscht oder irgendwas, weiß ich nicht genau, was gemeint war. Ich dürfe mich ihr nicht nähern. Und dann habe ich, auf den Anwaltsbrief habe ich dermaßen reagiert, dass ich seine Legitimation verlangt hatte, habe ihm eine kurze Frist gegeben und habe ihn dann bei den Russen angefiffen. Und danach war er ruhig. Also das Schreiben an die russische Botschaft hat er bekommen mit Fax-Sende-Beleg und dann war er ruhig. So, das mal dazu zu dem Anwalt. So, und jetzt ist irgendwas, ich vermute mal, ist eine Vermutung von mir, dass die Rechtspflegerin Dralle irgendwie eine Bekanntschaft oder Verbindung zu dieser Roswitha haben muss. Denn diese Frau Dralle hat einmal versucht, das habe ich ja auch schriftlich vorliegen, der Roswitha, die nur Vermächtnisnehmerin ist, also nur eine Kleinigkeit kriegt, die wollte ihr das gesamte Erbe zuschieben. Das wird immer verrückter, ja? Jetzt wird schon willkürlich irgendein Erbe rausgesucht, weil mein Vater eben keinen Erben benannt hat. Aber wenn er keinen genannt hatte, gibt es eine Erbfolge. Eine ganz klare gesetzliche Erbfolge. Da kann man nicht sagen, eine mene muh, das Erbe kriegst du. So geht das hier nicht. Aber das wollte die Frau... Ja, so hat die Frau Dralle das einmal versucht. Das habe ich vorliegendes Schreiben. Da habe ich gesagt, Moment, bevor das jetzt noch noch krasse Reformen annimmt, mache ich jetzt Folgendes. Mein großer Bruder hatte eine Adoptivtochter. Das ist die Dagmar. Die habe ich jetzt Dagmar genannt. Die heißt anders. Eine Adoption, in dem Fall war es eine volljährige Adoption, da hat die Adoptivtochter Dagmar normalerweise keinen Anspruch mehr auf einen Erbteil des Opas sozusagen. Also mein Vater wäre ja ihr Opa gewesen, weil die Verwandtschaftsverhältnisse hören mit ihrem Vater, also meinem Bruder, auf. Aber ich habe gedacht, dann schiebst du mal die vor, bevor hier alles aus dem Ruder läuft. Gut, dann habe ich diese Dagmar in Bayern ausfindig gemacht, was eigentlich die Aufgabe des Amtsgerichts Gifhorn gewesen wäre. Ich habe die nämlich mehrfach schriftlich aufgefordert, den Erben erst mal ausfindig zu machen. Das haben die ja immer unterlassen. Und ich habe dann mit Eigeninitiative diese Dagmar ausfindig gemacht. Und das habe ich über mehrere Wohngemeinden oder Wohnmeldegemeinden habe ich das dann rausgefunden und habe sie dem Amtsgericht als Erbin präsentiert. Diese Dagmar wollte dann einen Antrag auf Erbschein stellen. Das musste sie ja machen. Sie musste es ja beantragen. Aber das Amtsgericht Gifhorn, Frau Dralle, meinte, das ginge nur in Gifhorn selbst. Also die Dagmar sollte jetzt für einen Antrag, für einen schreiben, sollte sie von Bayern nach Gifhorn fahren. Bisschen aufwendig. Ja. Bisschen aufwendig im heutigen Zeitalter der Post. So. Dann sind wir natürlich, haben wir Folgendes gesagt, dann hat sich die Dagmar bei ihrem Gericht vor Ort, bei ihrem Amtsgericht, erkundigt. Und da haben die in Bayern, muss ich sagen, sich auch ein bisschen dumm angestellt. Das sollte dann so laufen, dass das über ihr Wohnort Amtsgericht laufen sollte. Und dann haben wir es aber anders gemacht. Wir haben uns dann mal in Hannover getroffen und stellten beim Amtsgericht Hannover den Antrag. Also ich habe natürlich nichts gestellt. Ich war nur als Beobachter dabei. So. Über die Verweigerung des Amtsgerichts Gifhorn beschwert ich mich dann zwischenzeitlich beim Landgericht Hildesheim. Das ist dann der nächsthöhere Weg. Oberlandesgericht Zelle käme darüber, wurde natürlich aber im Kollegenschutz immer abgewiesen. Also die fanden alles toll. Die in Hildesheim fanden alles toll, was die Gewinner gemacht haben. War einwandfrei. Jeweils auch immer ohne Begründung, ist klar. Ich habe dann irgendwann auch die Gültigkeit des Testaments angezweifelt. Ich habe zwar dieser Dagmar die Erbschaft gegönnt, zumindest mehr als jedem anderen. Aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, Dagmar, auch wenn ich dir das gönne, ich vertrete erst mal meine Position und da das Ding nicht unterschrieben ist, das Testament, zweifle ich das an. Das mache ich. Ja. So. Habe ich schriftlich angezweifelt, wurde vom Amtsgericht Gifhorn völlig ignoriert, als ob ich nie was geschrieben hätte. Ja. Ja. Die haben meinen ganzen Schriftverkehr einfach ignoriert. Echt? Als ob ich Luft wäre. Ja. So. Wenn später rechtfertigte das Amtsgericht Gifhorn die Abweisung meiner Anträge so, dass nur mein Rechtsanwalt Anträge hätte stellen können, den es aber ja gar nicht mehr gab, da der Rechtsanwalt relativ schnell rausgekickt wurde durch den Richter. Mhm. Ja. Also der war nicht so lange drin, der war ein paar Wochen, war der nur bei mir und den ganzen Rest habe ich sowieso alleine gemacht. Aber die sind dann, die haben dann so als Argument vorgeschoben, ja, das hätte ihr Anwalt machen müssen. Nein, Irrtum. Wenn mein Anwalt mich vertritt, dann hätte vielleicht mein Anwalt was machen müssen, aber danach oder davor mache ich das selbst. Klar. So. Ich habe dann meinen ursprünglichen Strafantrag, der wurde dann im Laufe der Zeit immer fetter, den habe ich dann auch erweitert auf die Rechtspflegerin Dralle natürlich und um den Dr. Villers. Mhm. Auch die vorgeworfenen Tatbestände häuften sich. Da kam dann alles rein mit Amtsanmaßung, Vermögensverschleppung, Vorteilsnahme und schlag mich tot, Urkundenfälschung und sowas. Es war alles drin. Es war ziemlich viel drin. So, jetzt es wird noch besser. Das Amtsgericht Giffhorn wollte dann, weil im Testament irgendwas mit Testamentsvollstreckung stand, also das heißt Vermögenszuteilung irgendwie, wollte das Amtsgericht Giffhorn den Rechtsanwalt der Roswitha als neutralen Testamentsvollstrecker einsetzen. Sei sehr neutral. Und wollte von mir auch noch die Zustimmung haben, schriftlich. Da habe ich zurückgeschrieben, nicht wörtlich, aber sinngemäß, ob sie noch ganz rechts rumlaufen. Natürlich ist er parteiisch. Das hat er auch in seinen eigenen Schreiben geschrieben. Er hat mich ja auch einmal massiv angegriffen. Natürlich ist er parteiisch, der vertritt die Roswitha und selbstverständlich ist das kein neutraler Testamentsvollstrecker. Ja. So, dann mussten sie irgendwann davon ablassen, aber sie hatten es schon vor. Ja. So. Dann meine Beschwerde, die beim Landgericht Hildesheim abgewälzt wurde, stellte ich beim Oberlandesgericht Celle, welches dann mit wenigen Textkonserven und verweisen, auf deren eigene Schreiben ebenfalls abwies. Ja, das machen wir alle. Das ist ja das Interessante, dass du das einfach so schilderst, so wie wir das alle erleben, die das also in der Bundesrepublik, in Deutschland versuchen, so diesen Weg, diesen normalen Systemweg da zu gehen. Also die haben tatsächlich als Beweis, dass sie begründet abweisen, haben sie ihre eigenen Schriftstücke genommen. Das ist ja ein Zirkelschluss im Gedanken. Das ist ja völlig irre. Das ist genauso, was ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ich Deutscher bin. Das ist auch so ein komischer Zirkelschluss. Das macht an sich irgendwie keinen Sinn. So, dann nach einer weiteren spontanen Akteneinsicht beim Amtsgericht gefahren, stellte ich fest, dass mein eigener, älterer Schriftverkehr aussortiert war. Der fehlte. Also diese ganzen Dinger, wie zum Beispiel, ich fordere einen Nachlassverwalter, ich zweifle das Testament an, solche Dinger, die waren dann einfach alle weg. Meine eigenen Schreiben, das waren Faxe mit Sendebeleg. Ich habe die alle, ich habe da auch einen Sendebeleg für. Das war einfach dann aussortiert. Ja, das heißt, die Unterlagen, deswegen hatten wir ja diese Sendung mit den Geheimunterlagen. Jetzt werden die Sachen reingetan in die Akte, der Urteilsfindung genehm sind und die anderen werden rausgelassen, oder? Ja. So, dann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe daraufhin von dem Amtsgericht gefahren, volle Legitimationsnachweise gefordert, Körperschaftsurkunde, alles was dazugehört, und schickte den Schadenersatzvertrag mit UPIG-Auszug dem Gericht zu. Natürlich bei Einschreiben mit Rückschein. Ja. So, dann gab es weiteren Schriftverkehr. Ach so, da sind die natürlich nicht drauf eingegangen, auf meine Legitimationsanforderungen. Das haben die einfach so weggewischt, so unter dem Motto, hier rechts Mülleimer schieb mal runter, schmeiß das mal in den Papierkorb. So, dann hat das Amtsgericht gefahren einige interessante Sätze rausgelassen, darunter ist ein interessanter Satz, also ich habe mich ja mit Händen und Füßen gegen das Testament und alles Mögliche gewehrt, und da steht wörtlich, die Kinder des Erblassers, das bin ja auch ich, hätten oder haben, die Herabsetzung auf das Pflichtteil hingenommen. Oh, das will ich zum ersten Mal, das ist ja interessant. Ich habe das Testament jetzt auch schon akzeptiert. Und meine Anfechtung, meine Testamentsanfechtung, die haben sie dann wahrscheinlich dann eben raussortiert aus der Akte. So läuft das dann da, so ist das, so schnell geht das. So, das Amtsgericht geht vor und machte dann auch in dem Stil so weiter, da kamen dann immer so unverschämte Sachen und ich habe dann eine Rechnung nach der anderen an die rausgehauen. Meine Rechnungen lagen dann im Bereich von 20.000 bis 100.000 Euro, je nach dieser Tabelle. Paragraph 6 ist das immer im Schadensersatzvertrag, da gibt es ja diese Kostentabellen. Und inzwischen schulden die mir, glaube ich, insgesamt fast eine Million, aber sie schulden es mir, ich kriege es ja nicht, noch nicht. Dann gab ich beim Amtsgericht hier vorne allgemein, nicht an den Direktor direkt geschickt, eine Befangenheitserklärung gegen den Dr. Villers mit zahlreichen Gründen ab. Das war kein Antrag, sondern das war eine Erklärung. Ich habe erklärt, dass ich den für Befangen erkläre. Das Gericht deutete natürlich diese Befangenheitserklärung um in einen Befangenheitsantrag und wurde abgewiesen, selbstverständlich, von Herrn Dr. Purok her, ein anderer Richter dort. Dann kamen natürlich von mir weitere Rechnungen und Zurückweisungen. Seitdem haben die auch nichts anderes mehr gekriegt, nur noch Zurückweisungen und Rechnungen. Sowie Forderungen nach dem gesetzlichen Richter. Da habe ich mich dann auf Grundgesetzartikel, was war das, 103 oder was berufen. So, plötzlich, völlig ohne, ja, ohne, dass ich wusste, was jetzt, wie mir geschah, kam am 27. 6. 2013 vom Oberlandesgericht Zelle. Eine Geschäftsnummer bekam ich zugeschickt, mit der ich gar nichts anfangen konnte. Da stand auch nur, hiermit teilen wir ihr Geschäftszeichen mit. Das war es. Oberlandesgericht Zelle. Am 27. 6. Geschäftszeichen. Geschäftszeichen. Noch mal ganz wichtig. Geschäftszeichen. Das kann natürlich nur eine Firma machen, ne? Ja, ja. So, wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, von was die überhaupt reden. Keine Ahnung gehabt. Ich habe das Ding einfach erst mal abgeheftet. Jetzt kommt's. Denen habe ich einen, weil ich schon irgendwo gedacht habe, die hacken noch eine Schweinerei aus. Dann habe ich denen noch einen Schadenersatzvertrag per Fax zugeschickt. Der ging nachts um kurz vor 12 noch rüber. Und ich war noch froh, dass noch das Datum 27. 6. draufsteht, auf meinem Faxsendebeleg. Denn am 28. 6. kam ein gelber Brief vom Oberlandesgericht Zelle. Und da wusste ich noch weniger, wie mir passiert. Ich war aber neugierig. Ich muss sagen, ich habe ihn geöffnet, habe ihn abfotografiert, wieder eingetütet. Und es war ein kostenpflichtiger Abweisungsbeschluss gegen meine Befangenheitserklärung, den die umgedeutet hatten als Befangenheitsantrag. So, jetzt kommt aber der Klopfer ist, dieser Befangenheitsantrag macht ja eine Stufenausbildung, sage ich mal. Er fängt an beim Amtsgericht. Geht vorne, geht zum Landgericht Hildesheim und landet beim Oberlandesgericht Zelle. Und irgendwo hätte ich immer einsprechen können oder müssen, aber der war gleich beim Oberlandesgericht Zelle und es kam gleich mit Rechnung im gelben Brief. Ich wusste gar nicht, wovon die reden. Ich wusste gar nicht, wovon die reden. Echt, also wirklich einfach köstlich. So, ja, habe diesen vermeintlich ungeöffneten Brief, ich habe ihn geöffnet, muss ich zugeben, aber vermeintlich ungeöffnet als Einschreiben an das Oberlandesgericht Zelle zurückgeschickt und zurückgewiesen. So, die Rechnung, achso, ja, Oberlandesgericht Zelle hatte von mir auch diesen Schadenersatzvertrag gekriegt, haben eine Rechnung gekriegt, eine Satte, die sie natürlich nicht beglichen haben. Dann irgendwann mittendrin, als das Amtsgericht gefahren Weiterschriftstücke verteilt hat, habe ich gedacht, Mensch, auf den Schadenersatzvertrag reagieren die nicht, jetzt probierst du es mal mit dem Akzeptanzschreiben. Dann hat Frau Dralle, diese Rechtspflegerin, ein Akzeptanzschreiben von mir bekommen, mit Pfandrecht ihr gegenüber in Höhe von 30.000 Euro und der Firma Amtsgericht Giffen gegenüber in Höhe von einer Million, die sie natürlich auch nicht beglichen haben. Nö. Dann haben die aber auch ihren Kurs weiterverfolgt und mir für diesen zurückgewiesenen Befangenheitsantrag haben sie mir auch eine Mahnung geschickt, da waren wir schon auf 35 Euro, ist ja noch lächerlich, kam aber eine Mahnung über Gerichtsgebühren und ich habe gleich eine Gegenrechnung über 300.000 Euro nach meinem Schadenersatzvertrag geschickt. Richtig. Auch an die Oberfinanzdirektion Niedersachsen, weil ich habe schon gedacht, hast du morgen den Vollstrecker im Hause und deswegen habe ich gleich an die Oberfinanzdirektion Niedersachsen auch noch so ein Ding geschickt. Genau. So, dann habe ich, ganz interessant vielleicht für alle, ich habe meine AGBs, meines Schadenersatzvertrages um den Punkt erweitert, dass auch Dritte meiner Wahl vollstrecken können. Im Paragraphen 5 glaube ich. Das bedeutet, ich bin jetzt rein vertraglich nicht mehr angewiesen auf irgendeinen Vollstrecker, der sowieso nicht für mich losläuft, sondern ich könnte mir auch theoretisch irgendeine dunkle Hinterhofbande besorgen und sagen, hier hat jeder mal, hier hat jeder ein Hunni, nun macht mal, geht mal zum Richter hin und macht mal. Also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber es ist vertraglich, es ist bei mir drin. Ich habe meine AGBs erweitert. Gut. So, ich habe dann jeden gelben Brief, der vom Amtsgericht gefahren kam, so ein paar kamen dann noch, habe ich tatsächlich nicht mehr geöffnet, bin zu meiner Poststelle gegangen, habe mir da von der Poststelle mit Stempel bestätigen lassen, dass der ungeöffnet ist und zurück an Absendern. Das habe ich dann immer jeweils ein paar Mal gemacht. So, jetzt kam es, jetzt stand die finale Entscheidung wegen der Erbschaftsverteilung an. Ich konnte zu dem Zeitpunkt mit der Adoptivtochter Dagmar gut, denn ich meine, ich habe sie auch erst überhaupt dahin gebracht. Sie wusste ja gar nichts, sie wusste noch nicht mal, dass sie einen Opa hat so gesehen, sie hat nie Kontakt mit dem gehabt und wusste schon gar nicht, dass der gestorben ist. Also ich habe sie überhaupt erst auf den Weg gebracht, dass sie da erben wird. Und da hat mir die Dagmar auch einen gleichlautenden Rundbrief des Gerichts per E-Mail überreicht, wobei ich dann meinen Rundbrief, den ich als gelben Brief erhalten hatte, habe ich dann auch so zurückgeschickt, so wie ich es immer gemacht habe, über die Poststelle hier vor Ort. So, ich habe dem Gericht dann derart geantwortet, dem Amtsgericht hier von, dass ich mich zwar festgelegt habe, aber ich habe mich so geäußert, dass die mir nicht unterstellen könnten, ich hätte diesen gelben Brief gelesen. Ich habe ihn natürlich gelesen über die E-Mail der Dagmar, die er den gleichen Rundbrief gekriegt hat, wie wir alle. So, ich habe unter Beachtung der gültigen Gesetzeslage alle Handlungen des Amtsgerichts gefahren zurückgewiesen. Das hatte ich sowieso schon zigmal gemacht, aber jetzt noch mal final und ganz am Ende. So, dann hat tatsächlich diese Dagmar hat einen nicht unterschriebenen Erbschein bekommen. Sie ist also tatsächlich Alleinerbin geworden. Ja, ich sage mal so, ich gönne es ihr irgendwo schon. Der Punkt ist bloß rein rechtlich, ist sie in der volljährigen Adoption, ist sie da raus. Sie kann also gar nicht erben und sie hat sogar ihre Adoption damals über dasselbe Amtsgericht gefahren laufen lassen. Die Unterlagen hat sie mir auch per E-Mail zugeschickt. Also, das eigene Gericht hat ihre volljährigen Adoption vorgenommen und hat ihr trotzdem entgegen der gesetzlichen Grundlage oder geltenden Lage hat sie sie als Alleinerbin eingesetzt. Ja, es ist, es ist, es ist, viele fragen sich, warum du das jetzt so ausführlich darstellst, aber es zeigt ja gerade auf, weil du das sehr detailliert tust, dass hier sich die Leute nicht mal in ihrer eigenen Gesetze und Vorschriften halten. Nein, nein, noch nicht mal an, noch nicht mal an die Adoption, die am eigenen Gericht gemacht wurde, noch nicht mal daran. Und ich habe das als E-Mail vorliegen, weil ich habe ihr damals wirklich geholfen, dass sie, sie war völlig hilflos, ist ein relativ junges Mädel und ich habe ihr geholfen, dass sie da rankommt und sie hat mir auch die ganzen Adoptionsunterlagen per E-Mail zugeschickt und ich habe das für sie auch formuliert und so weiter und ich habe die ganzen Unterlagen. Also ich weiß es, es ist so. Ihre eigene Anwältin hat ihr übrigens auch gesagt, dass sie eigentlich gar nicht erben kann, aber sie ist voll Erbin geworden. So, der Erbschein ist, den habe ich auch als E-Mail, der ist selbstverständlich nicht unterschrieben. Und deswegen auch nicht rechtsgültig. Nein, sondern nur von einer Justizamtinspektorin oder Justizamtfrau ist er nur paraffiert beglaubigt. Also ausgefertigt sozusagen. Ausgefertigt. So, jetzt wird es aber ganz gemein, was mich angeht. Jetzt hat mir diese liebe Stieftochter meines Bruders, seitdem sie den Erbschein hat, jeglichen Kontakt zu mir abgebrochen und will mich offenbar auch noch um meinen kleinen Pflicht teilbringen. Das ist natürlich eine ganz bittere Sache für mich, eine ganz bittere Pille. Ja. Vorher hat sie mich permanent angerufen, immer Hilfe, Hilfe, was soll ich machen und hat mich sogar teilweise morgens vor 9 Uhr aus der Dusche rausgeklingelt und ich war immer dran. Naja, aber so sieht es aus, wenn das Geld erst mal im Spiel ist. Das verdirbt irgendwie den Charakter. Ja, das ist ja die Idee hinter dem Schuldgeld. Überall Unfrieden schaffen. Ja. Wobei ich da noch was anderes vermute, aber da komme ich noch zu. So, jetzt habe ich hier geschrieben, warte mal, ich habe eine Notiz gemacht. Ach so, der Strafantrag war jetzt also insgesamt, der ist ja immer dicker angewachsen, da sind immer mehr Personen und immer Strafantrag, nee, Tatbestände hinzugekommen. Und zwar ging es jetzt gegen die Roswitha, also die Lebensgefährtin, deren Anwalt, der Dr. Heinold Willers, der Direktor vom Amtsgericht Gifhorn, die Justizamtfrau Dralle, oder Rechtspflegerin, und der Vorstand der Sparkasse Gifhorn. Kommt auch gleich, warum die da mit drin sind. Mein Vater hatte da nämlich ein Konto. Also die hängen dann auch noch mit drin, ne? Ja. Die Bankster. Ja, irgendwie hängen die da mit drin. So, dies ging alles über die Gifhorner Polizei, die im Nachbargebäude des Amtsgerichts Gifhorn sitzt. Also die können sich mal eben das Mittagessen durchs Fenster rüberreichen. Die sind wirklich in einem Kettengebäude, kann man so sagen, sind die zusammen drin. Aber ich habe das immer schön über die Gifhorner Polizei gemacht, damit das auch ein bisschen Kreise zieht. Und ich habe das Gefühl gehabt, da hätte ein Sachbearbeiter das sogar irgendwie alles schön angenommen. Aber letzten Endes schickt die Polizei das an die Staatsanwaltschaft weiter und da ist es dann wieder vorbei, ne? Ja, ja. Da ist es dann echt wieder vorbei. So, die Staatsanwaltschaft war in der Reihenfolge Hildesheim und danach Generalstaatsanwaltschaft Zelle. Mhm. Zuletzt, die haben alles abgelehnt, alles abgewiesen. Die hatten nie eine Begründung, aber alles abgewiesen. Zuletzt wurde der Behördenleiter der Generalstaatsanwaltschaft Zelle, ein Dr. Frank Lüttich, mehrfach aufgefordert, die Legitimation auch nur eines Staatsanwalts in seiner Behörde zu liefern, was er verweigert hat. Aber sie kommen immer mit Textkonserven, wie zum Beispiel, ich habe den Sachverhalt geprüft, jedoch keinen Grund gefunden, dem Verfahren Fortgang zu geben. Das Verbrechen wird also von dort aus auch massiv gedeckt. Ja. Zuletzt, als die Generalstaatsanwaltschaft Zelle dann auch völlig überfordert war mit meinen ganzen bösen Briefen, haben sie das ans niedersächsische Justizministerium weitergegeben, welches aber auch nur eine Firma ist und die haben das auch mit denselben Textkonserven auch nur abgebügelt. So. Jetzt kommt noch als Schluss, dann ist diese Geschichte auch zu Ende, kommt jetzt als Schluss noch wirklich so eine Sahnehaube. Und zwar habe ich, wie ich schon erzählt hatte, anfangs alle Banken in Gifhorn angeschrieben, das Vermögen einzufrieren, falls mein Vater da was hatte. Denn ich wusste ja auch nicht, die Kontoauszüge waren alle weg, alle verschwunden, bis auf ältere, aus 2011 und so weiter. Da waren noch welche. Und deswegen habe ich einfach mal alle Banken in Gifhorn angefaxt und habe geschrieben, Verdacht auf Vermögensverschleppung, bitte frieren Sie alle Vermögen ein, bis das wirklich komplett alles gerichtlich geklärt ist. Auch die Sparkasse Gifhorn Wolfsburg. Das ist so ein Verband. Zumindest sind sie auch in Gifhorn. Auch in der Nähe des Amtsgerichts übrigens. Alles Freimaurer wahrscheinlich. Ja, und der Vorstand der Sparkasse, der hat dann sehr merkwürdig reagiert. Die haben so einen unteren Lakaien da irgendwie eingesetzt. Die hat mir so ein paar pauschale Erklärungen zurückgeschickt. Ich habe der Sparkasse den Auszug von Dun & Bradstreet hingeschickt, dass das Gifhorn Amtsgericht eine Firma ist. Ich habe denen nachgewiesen, dass ich das Amtsgericht mehrfach aufgefordert habe, sich zu legitimieren. Die haben also auch den Schriftverkehr teilweise gekriegt. Und ich habe denen auch den Link von Dun & Bradstreet genannt. Ich habe sie aufgefordert, sich selbst zu überzeugen, dass das Amtsgericht Gifhorn eine Firma ist. Also selbst im Internet können sie selber nachgucken, können sie sich selber überzeugen. Und dann hat die Sparkasse zuletzt geschrieben, das war dann die Schlichtungsstelle Berlin, die haben dann zuletzt geschrieben, das Geld geben sie frei, aufgrund des nicht unterschriebenen Erbscheins. Aber jetzt kommen wörtliche Zitate der Sparkasse. Und Leute, wenn ihr euer Geld loswerden wollt, bringt es da hin. Jetzt kommen wörtliche Zitate. Zudem sind sie, also ich, der Ansicht, dass es sich bei dem Amtsgericht Gifhorn nicht um ein wirksames Gericht, sondern um einen privaten Wirtschaftsbetrieb handeln würde. Die Sparkasse hat den Erbschein, welcher der Schlichtungsstelle in Kopie vorliegt, zu Recht als Nachweis des Erbrechtes akzeptiert. Ihre Argumentation hinsichtlich des Eintrages in einen Firmenregister des Amtsgerichts Gifhorn kann nicht gefolgt werden. Ob das Amtsgericht Gifhorn dort eingetragen ist oder nicht, ist für den Sachverhalt unerheblich. Vor diesem Hintergrund vermögen wir ihrer Beschwerde nicht abzuhelfen und verbleiben mit freundlichen Grüßen ihre Sparkasse. So, das heißt, die Sparkasse hat ganz, ganz oben der Vorstand und auch die Schlichtungsstelle in Berlin. Die haben ganz oben zur Kenntnis genommen, dass das Amtsgericht Gifhorn eine Firma ist. Ich habe sie auch natürlich auf Körperschaftsteuergesetz hingewiesen, wo drin steht, dass eine Firma nicht mit einem Hoheitsbetrieb zusammenzulegen ist. Und sie wissen also, dass das Amtsgericht Gifhorn eine Firma ist und geben das Geld auf dem Konto dennoch frei. Ja, aber auf jeden Fall ist das ein wichtiges Schreiben, weil dadurch eben die Mittäterschaft und das Mitwissen dokumentiert ist. Ja. Das ist wunderbar. Es ist wirklich krass, die Sparkasse Gifhorn und der Satz war einfach so unglaublich, dass die wirklich wissen, dass das Amtsgericht eine Firma ist, also kann es kein Staatsgericht sein. Und trotzdem, und trotzdem sagen sie, geben sie das Geld frei. Und obwohl ihnen auch der nicht unterschriebene Erbschein vorliegt, das haben sie auch geschrieben, den ich per E-Mail ebenfalls habe, trotzdem geben sie das Geld frei. Und was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ja, klassischer Fall. Das wird hochinteressant, wenn dann die Schadensersatzklagen kommen. Und die werden kommen. Und wenn sie erst in zwei Jahren oder drei Jahren behandelt werden oder was, spielt denn eine Rolle. Das wird alles behandelt. Ja. Alles wird aufgedeckt. Diese ganzen Verbrechen, die da im Hintergrund laufen, weil Sparkassen setzen sich ja im Vorstand immer aus diesen sogenannten Politikern oder Regierungsbürgermeistern, was weiß ich, alles zusammen. Ja. Gut, ich wollte euch mit dieser, jetzt muss ich sagen, doch sehr ausführlichen Geschichte, wollte ich euch zumindest in Kurzform sagen, die vergreifen sich auch an unserem Geld, auch am Erbe. Da kennen die gar nichts. Die greifen auch richtig zu. Auch wenn es um Hunderttausende geht, wie jetzt in meinem Fall insgesamt. Das sind schon, ja, ich schätze mal 500.000, aber ich kann es ja nicht belegen, weil halt auch diese Roswitha halt sämtliche Unterlagen immer noch einbehält. Und ja, die vergreifen sich ganz gnadenlos am Geld. Da kennen die gar nichts. Ja, und das ist letztendlich der Sinn und Zweck eben dieser ganzen Sklavenhalter, die wir da haben, die wir da fälschlicherweise als Regierung sehen oder als Amts- oder Autoritätspersonen, die haben nur eine Aufgabe, uns auszunehmen wie die Weihnachtsgänse und dann nachher gemäß Georgia Guidestones zu entsorgen, oder? Es ist eine komplette Enteignung im Gang. Eine komplette. Also, wie gesagt, der eine hat halt vielleicht ein Erbe, der andere hat vielleicht ein Haus und der andere hat vielleicht noch ein paar Euro auf dem Konto, aber letzten Endes, die nehmen es euch alle. Ja, so, jetzt habe ich dich verloren. Irgendwie, schauen wir mal, bist du hier rausgekickt worden. Bist du wieder drin? Nein, oder bin ich drin? Ja, eben warst du ein bisschen weg. Da haben sie dann gedacht, jetzt müssen wir mal auf die Telefongabel hauen. Da waren sie zu spät, ich habe ja schon alles gesagt. Ja, genau. Ey, Leutchen, sind sie zu spät. Ja, cool. Also, wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten. Ich finde es, habe dich ja auch das mal ganz ausführlich darstellen lassen, Günther Strohmann, weil das ist wichtig als Beispiel, Beispielschilderung für viele ähnliche Fälle, wie du es auch schon gerade eben selbst gesagt hast, was wir hier erleben. Und das gehört zum System, denn wir werden also voll gemüllt mit allmöglichem Propagandamist und auch in dem Fernsehen laufen dann so Stücke, dass die Polizei dann einfach so hinein, also bewaffneten, uniformierten, mit Polizeiaufschrift einfach so in die Wohnung reingehen, ohne irgendwas. Ja, und das wird uns als normal verkauft, dass Gerichte wichtig sind und Richter und was weiß ich und so. Dabei ist das alles, alles Schmuh, nur um uns im Prinzip hier auszunehmen, wie die Weihnachtsgänse. Und das müssen wir jetzt einfach mal irgendwo erkennen. Die, die zuhören, wissen es ja, aber wir wollen uns natürlich auch an diejenigen wenden, die das noch nicht so erfasst haben, damit wir eben einfach hier mit dafür sorgen können, dass die Leute mal sagen, hoppla, jetzt mal Feierabend damit, oder? Ja, es muss Schluss sein, sonst ist hier gute Nacht. Dann wird die Jalousie runtergezogen und das war's für uns. Ja, und vor allen Dingen, wer noch gedacht hat, dass wenigstens das Bundesverfassungsgericht, dass die noch irgendwie oben drüber und so, der darf sich nachher in der Wiederholung nochmal die erste Stunde genau anhören und auch den Artikel durchlesen und alles mögliche und später das Video, was wir hochladen, um seine letzten Illusionen zu verlieren. Und dann werde ich dann deine Sachen noch, die du mir geliefert hast, da deine Bildchen und Abbildungen von den Schriftsätzen mit reingeben. Haben wir natürlich so ein bisschen anonymisiert, damit da ein gewisser Schutz vor Stalking sichergestellt ist, aber viele andere erleben das auch. Und ja, also ich fand das gut, klasse. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar Kommentare, Fragen hier von einigen Leuten gehabt. Hier noch vielleicht ganz kurz vorgelesen, Hallo Detlef, Ignoranz scheint in der BRD in der Tagesordnung zu sein. Die GEZ macht das genauso. Die schreiben auch, dass sie in dieser Sache in Klammern schreiben, dass sie nicht mehr legitimiert sind, nicht mehr antworten. Oder? Und hier schreibt mir noch einer hier, Hallo Detlef, Rosilein ist das. Einen wunderschönen Bündnis 90-Tag wünsche ich dir und allen. Die Wahlaufsicht müsste die internationale Wahlkommission sein. Ja, aber die hat irgendwie noch so einen Namen, den ich nicht, kriege ich ihn einfach nicht auf der Reihe, aber vielleicht irgendwie später kann ich den noch nachliefern. Ja, wir sind durch, Günther, mit der Sendung. Oder hast du noch einen letzten Aufruf an unsere Zuhörer, die tun können oder tun sollen? Tja, den letzten Aufruf. Ich sage mal so, aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Verbrechen aufzudecken, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Verbrechen nur dann geschehen können, wenn sie immer im Geheimen geschehen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier Namen von Richtern oder Justizangestellten nenne. Die anderen Namen spielen keine Rolle. Auch der Name der Lebensgefährtin meines Vaters spielt überhaupt keine Rolle. Mein Name spielt auch keine Rolle. Ich bin einer von vielen. Aber die Richter, die da sitzen, die müssen normalerweise auch mit Foto fett rein und der Artikel muss dick da drunter stehen und es muss öffentlich sein. Dann hat das erst vielleicht ein Ende. Vorher bestimmt nicht. Ja, und es ist für die Leutchen sehr unangenehm, wenn sie also in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Aber das ist ja, das sind nicht wir, die schuldigen, sondern ihr Verhalten. Also deren Verhalten dafür verantwortlich. Sie müssten es ja nicht tun. Dann würden sie auch nicht in die Öffentlichkeit gezerrt, oder? So sieht es aus. Und das ist unsere Aufgabe. Die Medien, die freien Medien, die unabhängigen Medien haben die Aufgabe, die Mächtigen zu kontrollieren und das Unrecht aufzudecken. Und das tun wir. und ich habe noch viele andere Hinweise bekommen, auch zur sogenannten Montagsdemo, die also jetzt immer stattfindet und ziemlich intensiv hier, also auch von den ganzen Menschen mit wahrgenommen wird als Protestmöglichkeit und wird also anscheinend totgeschwiegen von den Matrix-Medien, den Massenmedien Kontrollierten und natürlich auch von den, ja, was kam hier, das will ich nochmal eben vorlesen, die Schmutzkampagne gegen die Friedensbewegung, Klammernmontagsdemos mit Ken Jebsen in Berlin, immer ab 18 Uhr steht seit gestern unter Beschuss von den Matrix-Medien und ihren zahlreichen Helfern, welche Bewegung zerschlagen wollen, Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer hat Strafanzeige gegen Jutta Dietfurt wegen Verleumdung gestellt. Nun, was war geschehen? Jürgen Elsässer schreibt dazu auf seinem Blog Jürgen Elsässer und dem Artikel Jutta Dietfurt die Schreckschraube der Antifa. Okay, gut, ich will das nicht alles erinnern lesen, das könnt ihr da lesen bei jürgenelsässer.com mit dem entsprechenden Titel, weil wir sind ja schon zu Ende, aber was ich jetzt so gerne mache, ich spiele jetzt hier ein Liedchen der letzten Berlin-Mahnwache vor, die man mir ja zugespielt hat, live vom 14.04. 2014 und damit verabschiede ich mich hier Wake News, Radio Wake News TV und bleibt stark, wehrt euch, lasst es euch nicht gefallen und ja, ihr hört dann die Wiederholung der Sendung und später die Aufzeichnung auf meinem Blog. Also, bis dann, schöne Osterfeiertage wünsche ich euch, wenn irgendwas Gravines passiert, melde ich mich, aber ansonsten auch gerne meine Webseite durchschauen, es gibt jede Menge Neuigkeiten, Unglaublichkeiten jeden Tag und jede Sekunde. Also, bis dann, schönen Ostern. Ciao, ciao. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. UWS Community Radio Network. Es wird Zeit für den Wendepunkt, im Einfam sind wir stark und schlurfen alte Barrikaden und die Führer dieser Republik verkaufen uns für dumm. Warum? Ja, sie halten nicht so gleiche Rechnung. Darum machen diese Bürger rechtes Heinz, jeder Grund, nehmen uns die Freien, schreien gleich auf die Gesetzesung. Ohne die Stimme, der Verlust basiert in einem Bataillon und sieben Sacken mit in Richtung Evolution. Remember, remember the nights of November. Berlin, Noah, Palma, und Kreuz sind Kalender. Wir müssen keine Angst mehr vor unseren Aschern haben. Wir sollten sich die Herrscher ihre Volk und sieben vor Uneinigkeit, denn wir sind das Volk. Sie gruppen an Gruppen, habt auch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Zweid, meinem Weinen Sein. Wir haben euch geplant, wir brechen mit unseren Stolz. Denn wir undk 있잖아요 und скreien, denn wir sind das Volk. Sie gruppen an Gruppen, habt auch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Zweid, meinem Weinen Sein. Wir haben euch geplant, ihr brechen mit unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Fall. Ob Ränster oder Aktivist, ob Punker oder Rappers ist, ob Ober- und damit ist Schicht egal, das interessiert euch nicht. Wir sind aus einem Häuschen schnitt, wir schauen eure hin, da lässt die Matten sind entfesselt wie ne Westen, wenn die Fälle weg. Alle vier Jahre alt, die Bürger geht zur Wahl, doch der Wille dieses Volkes ist der Oben kein Egal, für euch sind sie nur ne Zahl, an der Name gleicher Schein. Ob Schwarze oder Grün, unser Kurs ist immer gleich, uns setzt die Welt in Zeit, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Doch wenn sie gemeinsam nimmt, was sie zeigt, die Kugelzeugen, die für sie uns doch entspricht, wir erwarten nichts von euch. Die Bürger sind entfessen, weil so wie ein Feuerzeug, ab unendlich viele Fragen, der Antwort habt ihr nicht verraten, ich kriege nur leere Fragen. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Wer diese Währung wollen, der wurde niemals dafür gefragt, das bringt von Wulmerlehrer, dort hat auch keiner gesagt. Die Armut schmeckt auf jede Schuld, kriegt der deutsche Staat und der Euro war der letzte Nagel für Europatag. Wollt ihr mir bitte sagen, warum die NSL nicht lieber machen, was ist der Obama mit dem Garten eurer Bürger macht? Ich würd' auch interessiert, warum wir Wach-Pack fortieren, in Bildung und Kultur keine Mittel existieren. Und verkauft ihr unseren Boden an private Inventoren, zwei Millionen deutsche Schulden könnt ihr damit nie reinholen. Ich würd' auch damit nur den Einfluss von den großen Monopolen, Nahrungsmittel werden feierbar, Resultat in Nation. So investiere ich in diesen Track hier meine Kraft, um euch da oben klar zu machen, euer Erfolg ist jetzt erwacht. Und eure Armutspolitik habt ihr den schlechten Brand in Sach. Widerstand ist das Gebot der gesamten Bürgerschaft. Wir fordern unsere Nächste ein, denn wir sind das Heut. Wir fordern unsere Nächste ein, denn wir sind das Heut. Ich kenne Lars auch erst seit der zweiten Warnwache und den Song hab ich da vorgeschrieben. Das heißt, es war völlig unabhängig voneinander, es ist entstanden. Und ja, ich hab einfach mal aufs Papier gebracht, was mich so bewegt, wie gesagt. Und ich denke, vielen Leuten geht's so. Und ja, es folgt auf jeden Fall noch mehr. Vielen Dank.